Oh, ich bin bunt. Hi. Hallo! Hallo, 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 hallo. Na? Na? Aua, meine Kleinen? Hallo, hallo. Are you there? Au, 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 nicht in meinem Gesicht. Ich gucke euch an. Ihr könnt mich schon nicht bewerfen jetzt. Fühlt euch auch so. Und hallo, 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 hallo. Bist du endlich entschleimt? Nee, wenn man genau hört, hört man noch. Also, wenn man genau hinhört, hört man den Infekt immer noch. Weil denn da ist es zu. Aber sonst, also nicht ganz zu, ein bisschen ist noch da, aber... Ah, mein Sub war nicht random, sondern gezielt. Hey! Ach so, wegen der Leipzig Music Station. Nee, aber für mich kommt's random. Das meinte ich damit. Bund! Kai! Kai, kam dein Bund schon? Ich hab dein Bund gar nicht... Nee, ich glaub, die Subs laufen noch durch. Okay, okay, wir warten auf Bund. Warten auf Bund. Hallo, schön, dass ihr da seid. Wow! Lass mich die Pat-Pat sehen. Leute, wir haben heute neuen Stuff. Aber erstmal muss ich euch alle begrüßen, okay? Ganz in Ruhe. Ich will erstmal... Ganz in Ruhe. Ganz in Ruhe. Jetzt hab ich reingesprochen noch mal. Oh, Fred von der Fenn. Hallo! Hallo, hallo, hallo! Danke schön. Oh Gott. Danke für 17 Monate auf T3. Danke schön. Ich hab schon wieder reinges... Warum sagt er nur Bund? Warum sagt er nicht Bund? Dann sagst du Bundchen, Japadi. Bundchen, Japadi. Ruhe, kann man das essen? Ah! Ah! Du Vampir sein tust. Äh, und du bist gleich gebannt. Was für Vampir! Hast du jemals einen Vampir gesehen? Was hat ein Vampir? Ein Hörner und... Und... Und Schwanz und Flügel. Also Flügel weiß ich nicht. Können B, aber... Scheiß Vampire. Alter, nee. Nein. Ist der Farbwechsel ein Skill? Jaja, das ist ein Skill. Den krieg ich immer, wenn ihr mir Subs und Bits spendet. Dann werd ich Bund! Bund! Könnt ihr auch erlernen. Könnt ihr auch erlernen. Da müssen Leute euch nur mit Dingen bewerfen. Kann auch alles andere. Kann alles mögliche sein. Endlich ein Sub hier mal. Schnabeltasse. Oh mein Gott, das hab ich gar nicht gesehen. Alter, Schnabeltasse. Danke für deinen Snap... Äh, Snap. 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 Danke für deinen Snap. Danke für deinen Snap. Nicht nur bei Finn jetzt auch noch hier. Man. Dankeschön. Oh, eine Ginger Einhaber. Hallo. Ah. Da guckst. Dankeschön für 19 Monate. Dankeschön. Und Grachos, danke für 16 Monate. Hallo. Ich danke für deinen Content. Nein. Nein. Danke, dass du da bist. Nicht danke für meinen Content. Danke, dass du da bist. Hallo. Hallo. Ginger BG. Oh, die BGM ist noch ewig laut. Upsi. You're right. Oh. Oh my freaking God. Äh. Zäh. Zäh. Dankeschön. Für fünf Subbies. Hä? Dankeschön. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dankeschön. Dankeschön. Für fünf Subbies. Sorry, die Musik war gerade noch sehr laut. Oh nein. Äh. Ach, du kacke. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr so hype seid. Und, ah. Schön, euch zu sehen. Sassy Barker. Danke für deinen Sub. Dankeschön. Ich bin nur so happy. Das ist wieder der erste richtige normale Schedule-Stream, nachdem ich krank war. Und ha, ha, ha. Ich bin sehr happy. Ich bin sehr aufgeregt. Dun, 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 dun. Ja. Hm, hm. Schön, das Wochenende. Stimmt, es ist Wochenende. Wochenende. Ja. Schön, dass ihr da alle da seid. Hallo. Ich hoffe, euch geht es gut. Geht es euch denn gut? Denn. Ähm. Mir geht es nicht mehr so gut. Nein, mir geht es eigentlich tatsächlich. Also, mir geht es dementsprechend. Also, in dem Sinne richtig gut. Aber ich war gestern im Fitnessstudio und also seitdem ich krank war wieder, weil ich, als ich krank war, bin ich natürlich nicht ins Fitnessstudio gegangen. Und alter, alter, habe ich Muskelkater in meinen Armen. Ich fühle einfach meinen Oberkörper nicht mehr. Ich bin einfach wie so ein Lappen. Ich bin einfach so, ich hänge einfach so tot auf meinem Stuhl. Es ist so schlimm. Luxus, danke schön für 100 Bittys, danke schön. Und Shadow Style, danke auch dir für 100 Bittys, danke schön. Darf man andere Streamer promoten? Nicht in meinem Stream, das ist ein bisschen weird. Jetzt der Sixpack voll, hallo Frau Bergzege, bitte was? Oh, Sixpack voll, das habe ich auch noch nicht gehört, dass jemand das sagt. Dankeschön, Erzschleim für sechs Monate, hallo. Danke für die ganzen Resubs, schön euch zu sehen. Ja, hatte die Woche Corona gehabt, oh no. Oh, ich hoffe du, ähm, ja, ja, du wirst wieder richtig gesund und so. Ich bin ja auch noch nicht ganz gesund. Ja, 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 darf man Ginger promoten? Nee, 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 die stinkt. Die würde ich, also, nee, da würde ich keine Promote-Fläche geben. Nee, nee, nee. Mm, 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 mm. Mm, 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 mm. Darf man den Peach Fox nicht promoten? Ey, auch unter Freunden ist es nicht, also, ist es nicht, äh, nett, also es ist nie, es ist eigentlich nie nett zu sagen, hey, zum Beispiel, hey, ich will jetzt zu diesem Streamer gehen, oder was weiß ich. Ähm, auch wenn ich natürlich, naja, mich absolut liebe, auch alle aus Leitmotiv liebe und so, sowas trotzdem nie nett. Es ist bei niemandem, ihr müsst jetzt nicht random Leute in den Chat schreiben. Das ist bei niemandem nett. Wow, darf man nicht abonnieren? Nee, lieber nicht. Genau, ist in general einfach nicht höflich, so, ähm, ja, auch für andere Streamer deswegen. Wenn ich, wenn ich sage, boah, Niami ist eine richtig gute Nudel, ähm, dann dürfen wir natürlich über Niami sprechen, das ist jetzt kein Problem, aber, ja, das ist ein bisschen weird sonst, wenn es sonst nicht aufkam. Wir lieben dich auch. Alex, woher kommt denn jetzt, woher kommt, woher kommt diese Liebe? Warum? Was ist da los? Oh, ich soll wiggeln, okay. Ich sehe mal die TikTok-Frau mit der gottlosen Lache. Wer nennt mich denn TikTok-Frau? Ist ja lustig. Sonst bin ich immer die Ziege, dieses cringe Mädchen auf meiner For You-Page, die von TikTok. Aber ja, gut, äh, TikTok-Frau ist auch ganz interessant, I guess. Die gottlose Lache, finde ich gut. Ah, ich muss erst mal, Luke, dankeschön für, äh, für zwei Monate, dankeschön. Und dann mal wiggeln soll ich. Au, 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 nicht in mein Face. Uau, au, 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 au. Der Graf, dankeschön für ein Jahr. Hi. Ah, schön in der Abofalle. Dic-Tik-Tik-Frau stört dich, aber gottlose Lache. Gottlose Lache, verstehe ich voll. Ich habe voll oft so eine komische, so eine Lache oder so in meinen TikToks. Echt? Ja, voll oft. Also ich nenne sie nicht unbedingt gottlos, aber... Ja. Ist die TikTok-Ziege lieber tatsächlich? Ja. Ich glaube, ja. Warum sagst du das so, als würde ich euch immer hassen und so sau machen? Ich weiß nicht, Alex. Vielleicht ist das... Vielleicht ist das auch unbegründet. Ich weiß es nicht. Ist doch eine ganz normale Lache, oder nicht? Lini, ich würde mir Sorgen machen, mit was für Leuten du so in deinem Umfeld umgeben bist. Also außer von mir, aber ich... Von mir reden wir mal nicht. The Red König, danke schön für 5 Monate, danke schön. Leute, ich leuchte kurz bunt. Ich entbuntisiere mich kurz. Ich entbuntisiere mich mal ganz kurz. Bin gleich wieder da. Und dann... Vielleicht habt ihr es im Titel gelesen, aber wir haben zwei neue Emotes. Und ich bin richtig hyped, sie euch zu zeigen. Fragt mich bitte nicht, wie ich auf die Idee kam. Das ist... Also ich habe die super spontan remaken, beziehungsweise machen lassen. Ähm, und äh... Ja. Hallo, welcome back, by the way. Ähm, hallo. Ja, ja, ja. Du gehst duschen? Ja, manchmal. Manchmal. Hm, ich habe dich auf YouTube gefunden. Ja, auf YouTube mache ich ja jetzt auch. Die lade ich ja jetzt auch shortform Content hoch. Aber es gibt auch bald wieder long, also normale YouTube-Videos auf meinem YouTube. Da freue ich mich drauf. Und Chaos. Hm. Ah. Ah, Jinjas Ideen sind immer spontan und seltsam. Ich glaube, das ist das Leben. Ich glaube, wenn du kreativ bist, dann müssen kreative Eingebungen einfach, einfach, ähm, einfach hitten. Oh, Leute, ich will sie euch zeigen, die Emotes. Emotes! Ja, ich habe neue Emotes machen lassen. Und ich will sie euch zeigen. Und dann gucken wir uns sie an. Und ihr tut zumindest so, als würdet ihr sie toll finden, ja? Das wäre schon mal zumindest gut. Und dann schalten wir sie zusammen frei. Und dann können wir sie alle zusammen gleichzeitig benutzen im Chat. Weil noch sind sie nicht freigeschaltet. Emotes! Ja! Hallo an alle, die dazukommen. Hi! Oh ja! Das, 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 das Markus-Sniff ist richtig. Das, das, das passt richtig. I love it. Warte, ich muss nämlich ganz kurz rekalibrieren. So lange warten wir auf Emotes. Emotes! Oh Gott, ich gucke ein bisschen schräg gerade. Hallo! Ich glaube, jetzt ist besser. Ah, jetzt ist gut. Now I'm back again. Magst du Sushi? Oh yeah. Ich mag Sushi. Ich habe mich ein bisschen überfressen mit Sushi in letzter Zeit, though. Ja, ja, die sehen total gut aus. Hält, aber... Nein, ihr müsst überzeugend sagen, dass die Emotes gut aussehen. Genau, falls ihr Marco-Emotes habt, ihr dürft die Emotes auch ablecken. Immer, immer gut. Oh, immer, immer gut. Ich bin hauptsächlich nur wegen Emotes da. Meinst du, du gehst gleich wieder, wenn ich sie gezeigt habe? Das wäre aber traurig. Warte mal, ich will sie euch zeigen. So. Okay, are you guys ready? Ich suche es kurz raus. Und dann zeige ich es erstmal im Stream, okay? Are you guys ready for the first Emote? Soll ich euch das erste Emote zeigen? Obwohl, warte, ich frage euch. Soll ich euch erst das, das ähm... Das, 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 ähm... Süßere Emote zeigen oder das weniger süßere Emote? Soll ich euch erst das süßere oder das nicht so süße Emote zeigen? Oh, die ganzen Tap-Taps! das süße okay wir fangen an mit dem süßen die maut das süße okay 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 das das genitalien die mode leute ich werde gebannt wenn ich sowas mache wisst ihr schon so okay let's go ich weiß gar nicht wie groß das jetzt ist guckt mal leute ist das nicht das ist so ein süßes imau ist das nicht süß das ist richtig richtig ja die augen sind auch die strahlen so vor liebe die strahlen so vor liebe du bist doch die von tiktok und jetzt erst mal ich habe da eine idee für content macht so mache ich doch gerne ich unterstütze dich ja eigentlich eigentlich haben wir schon so ein ähnliches im mode aber mir hat das nicht mehr gefallen deswegen habe ich die liebe raven gefragt ob sie das remaken kann und ja das ist es geworden ich habe außerdem gesehen ihr mögt ihr mögt jan remotes deswegen erst es war obviously ein joke das ist nicht das süße mode das ist nicht das süße mode es war ein joke soll ich das soll ich doch das erst jetzt das zweite mode zeigen oder das hier erst mal freischalten warum wurde ich jetzt gebombt hey why ja genau ich würde das ginger jandere mode austauschen auf dem discord kann man aber immer noch das alte benutzen oder werden wir dann so hochladen schalt frei erst mal okay okay leute dann schade ich das erst mal frei und dann können wir zusammen jandere sein jandere das wird tatsächlich recht viel benutzt habe ich gesehen aber ich mag das immer und einfach nicht mehr so aus lot entfernen ich liebe dass die maut vor allem da man ist sowohl als jandere als auch despair verwenden kann stimmt das stimmt also wenn ihr irgendwie wenn ihr so richtig so ich hasse mein leben dann kann man die sissi mode auch richtig gut benutzen finde ich also ich finde den ginger jandere schon useful meine ich ja kai also das wird gar nicht so wenig benutzt aber mir hat das die mode nicht mehr gefallen deswegen wollte ich es remaken ja deswegen also mir hat es einfach nicht mehr gefallen das ist außerdem richtig alt ginger jandere ist glaube ich so alt wie ich meinen jachi mode schon habe das ist glaube ich schon vier drei jahre alt oder so deswegen ja ich habe es nicht mehr gefühlt auf dem discord kann man es immer noch benutzen da so boop ginger jandere so leute es ist es ist soweit wir switchen gleich könnt ihr es benutzen so gleich könnt ihr es benutzen das ist großartig bank was copra driver dankeschön für zwei monate dankeschön dankeschön für den resub sollen wir das auch den jandere nennen wieder wie das erste einfach und der jandere wäre ich für ja regen darukan danke für 25 monate dankeschön ja wir könnten das auch psyche nennen äh psyche psycho aber das ist ein bisschen aber jandere dabei ist jeder glaube ich micho michiko dank auch dir für neun monate hallo wir richten gerade das neue mode ein yes 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 ginger psyche ja es war jetzt gerade nicht so ok dann machen wir nennen wir das die andere ginger glücklich das heißt einfach ginger smile das wäre irgendwie keiner lustig das ginger smile zu nennen oder weil es einfach weil es einfach irgendwie genau das gegen also genau das extreme wollen wir das ginger smile nennen ja ginger smile sie lächelt halt so schön das ist smile ist schon geil so oh ja ich feier es okay wir nennen es wir taufen es ginger smile ginger smile sie ist halt so glücklich wisst ihr ginger smile oh sie ist so süß so happy okay hochladen ähm warte noch noch könnt ihr es nicht benutzen das kommt auf den tier 1 slot es ist da es sollte da sein es sollte da sein okay könnte sein dass ihr jetzt neu laden müsst oder das ist ein bisschen dauert aber bei mir sagt er es ist drin das ist ein bisschen does it work i'm just smile oh wenn ich es selbst eingebe funktioniert es noch nicht aber bei lini sehe ich es und da im chat ja ja ich sehe eures smile oh mein gott das ist terrifying das ist terrifying diese ganzen leeren blicke sie wollen mich aufessen guck guck dir das an wie gruselig diese simonisch schon ein bisschen es ist es heißt smile sie lächelt wow das ist terrifying ich liebe es wie ihr mich alle anguckt hallo ginger nebu danke für 42 monate dankeschön ich liebe diesen stream why hi ginger hallo yes genau ihr müsst es einmal neu laden also ich sehe mein eigenes nicht aber ich sehe eure so stelle ich mir immer etwas davor alter ich liebe dieses emote holy shit haha ihr macht das so gut ja ich hoffe ihr habt viel spaß da dran ähm wir müssen allgemein glaube ich immer wieder mal so ein bisschen was an die modes umher schieben aber das das gefällt mir richtig gut ich finde es nicht kann es auch einfach ginger smile schreiben es funktioniert nicht oder seite halt neu laden weil das ist halt gerade ist eingestellt worden aber äh dom hat das smile schon gespiegelt what the fuck haha ich habe richtig spaß haha oh my freaking god ginger derp muss aber bleiben ja also ginger derp ist ja auch schon ziemlich nice so ne obwohl ich eigentlich bei ginger derp auch bald so ein remake fühlen würde aber es muss die gleiche energy haben sonst ist es nicht gut haha ginger derp bräuchte wenn dann auf jeden fall die gleiche energy damit es damit es dem original gerecht wird weil es ein großartiges emote macht sich gut gespiegelt ja ach du scheiße mhm bei den anderen sehe ich es aber mein eigenes wird nicht angezeigt ja ist das bei mir auch so das dauert jetzt wahrscheinlich erstmal ein bisschen beziehungsweise einmal neu laden sollte helfen mhm ginger derp als remake bräuchte eins zu eins die gleiche energy oh ja das müsste unbedingt die gleiche energy haben oah ginger headbang aber das müsste doch animiert sein oder damit das funktioniert aber freut mich dass euch dieses cutie emote gefällt so leute ich habe noch ein zweites emote das kam die idee kam mir richtig random ja die idee dazu kam mir richtig random und vielleicht vielleicht ist es vielleicht vielleicht findet das die mode auch gar nicht so viel nutzen aber ich hatte lust darauf okay okay are you ready soll ich euch soll ich euch das zweite mode zeigen ja ja ginger derp braucht auf jeden fall ein würdiges remake ja ich irgendwann vielleicht oh wow hey why why ich hab nichts getan i'm never ready okay leute das ist schon ein bisschen süß das zweite mode aber nur ein bisschen okay okay das ist dieses hier let's go let's go ah 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 ich habe es erst mal als working title dackelblick getauft weil es so riesig das sollte so richtig die augen müssten einfach genau es müssen einfach richtig riesig sein ah 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 ha ha ah ha ha das ist so mein so mein 소 omni weiss nicht bädow kannst du mir bitte deine kreditkartennummer geben kannst du kannst du mir bitte deine kreditkartennummer geben bitte ich brauche ich brauche deine kreditkartennummer irgendwie so ich weiß nicht ich habe so ein ähnliches die mode mal irgendwo gesehen raven hat noch mal was ganz eigenes daraus gemacht aber holy shit ich schicke dir alles was du willst bitte schickt mir nicht eure kreditkartennummer nicht glaubt das findet tutsch nicht so gut also meine nummer ist nein bitte nicht genau ich hatte das jetzt working title dackelblick genannt oder wie nennt man sowas so hundeblick so finde ich ja jeden tag mit meinem hund ja mann wenn wenn man einen leckerli will hallo ja taufest ginger please ja ich glaube ich habe überlegt halt ob wir es einfach ginger bitte nennen können es auch ginger please nennen als englisches ding aber ziegenblick ja das vielleicht ein bisschen bisschen langer als als die mode name vielleicht dann haben wir halt ach so wegen please auch please vielleicht müssen wir das doch anders nennen weil wenn wenn das schon please heißt ist bisschen komisch oder nennen wir das denn nehmen wir das die mode wir haben ein neues die andere mode alter ich liebe es ist so großartig oh ja ginger bettel bettend und ab betteln heißt glaube ich plied oder auf englisch plied ist es oh ich sehe auch gerade wir haben gar keinen platz mehr in unseren standard die modes gibt es einen mode was wir sonst eigentlich kaum benutzen im tier 1 slot oder weniger benutzen gibt es statistiken mittlerweile dafür nee danke twitch das wäre mal gut gewesen warte mal kann ich euch meinen bildschirm übertragen i wanna show you my bildschirm ginger bubble und auch ginger bag gut nein nicht der bag bag also ich glaube ginger weg ist schon ganz gut ich habe das hier halt erst bitte genannt aber dann lade ich das noch mal hoch ginger kreditkarte ginger blind wird recht wenig benutzt das stimmt ne ginger blind wird tatsächlich wenig benutzt und große sabbe giga sabbe dark general dankeschön für dein tier 3 resub einfach fast zwei jahre what what is happening dankeschön dankeschön also ich benutze blind no ginger war okay aber das ist ein follow emote ja und ginger ice recht wenig bis kaum yes also ich glaube die das bei ginger no und ginger blind wird wirklich nicht wenig nicht viel benutzt ginger blind wollen wir dann ginger blind erstmal auf einen anderen slot packen wir haben noch bit slots ich glaube ich verbanne das kurz auf den bit slot oder so auf stream elements gibt es eine statistik zur häufigkeit aber das ist seit immer ich glaube aber ginger blind können wir verbannen oder ich packe es erstmal runter und überlege später wo ich das im park kurzer slot entfernen und dann muss ich kurz das ginger bitte umbenennen weil wir das jetzt in der back nennen ginger back mit slots bin ich fein mit also dass die maut könnten dann acht leute benutzen auf meinem kanal ginger back okay das ist schon ein bisschen süß das ist schon ein bisschen süß okay okay und hochladen bist du wieder gesund nee nicht ganz ich kann immer noch nicht singen ich klinge immer noch krank unfortunately aber ich fühle mich so ganz okay ja es ist da ich habe es in den slot gepackt ich habe es in den slot gepackt damn ich habe es in den slot gepackt so warte ich refreshe auch bei mir mal die seite ich habe es in den slot gepackt bei mir selbst wird es immer noch nicht angezeigt ja aber ich sehe es bei lady ja oh gott ja in den slot gepackt erstmal waaah cute look at that oh chat was wollt ihr denn oh oh chat was möchtet ihr denn was habt ihr denn waaah warum guckt ihr denn so chat ähm warum der jandere blick dazwischen ich guck so in den set alle so mom why what are you doing sorry und dann kommt da dieses ha 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 emote dazwischen ha 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 wow oh mein gott das ist gespiegelt cursed please don't do this no no oh cute cute ja ja ich glaub die wollen deine kreditkartennummer ne 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 so funktioniert das nicht ha 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 scheiße ha ha oh man ich freu mich so waah gefallen euch die emotes oh ich muss gestehen ey das das smiley mode das ist echt das hat es mir echt angetan waah das gibt mir so ein ganz spezielles gefühl wenn ich in den chat gucke und dann sehe ich so viele smiley modes da oh 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 cute ja sie gefallen mir oh oh luva das freut mich können wir diese katze behalten oh die sind super raven kann das echt gut ja raven kann das wirklich wirklich gut apropos also ich hab jetzt gerade schon gesagt die sind von ravenmind ähm gezeichnet worden aber ich zeige euch trotzdem nochmal den twitter und schicke den link rein achso wir haben sogar wir haben sogar einen command dafür ja Leute wenn ihr wissen möchtet wer die emotes gezeichnet hat ausser wo zeichnen die emotes zwei zumindest kommt dann da der link ravenmindartist auf twitter vielleicht kann ich nochmal ein screenshot zeigen vom twitter jetzt sehe ich da ist ja auch eine let me do it for you animation auf dem twitter raven ich muss mal einen sukobusi mode machen wie sieht der aus also so gesehen ist ja geht es die mode ein sukobusi mode da guck mal raven look at that da kann man raven auf twitter finden at ravenmindartist und äh dankeschön raven ähm die emotes waren literally was das ist gesperrt äh ähm bei mir bei mir nicht bitte was mhm cybercat dankeschön für zwei monate dankeschön dankeschön oh 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 ender lord danke auch dir für zehn monate dankeschön danke for your results yes 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 ich weiß nur noch nicht wo ich das jemals verwenden sollte wir schauen mal wir schauen mal also ich hatte ich hatte das gesehen und dachte so damn ich brauche das i need this emote du folgst dir nicht mal oh wait i don't hä aber but why ich folge ihr nicht mal okay hab ich jetzt geändert ey aber ich muss gestehen ich benutze twitter eben ich wurde tatsächlich mal angeschrieben oder äh oder oder hab das mal gehört dass Leute gesagt haben so boah ginger folgt mir gar nicht auf twitter sie hasst mich bestimmt und ich benutze twitter halt literally wirklich nur als sammelplattform für artists die ich mal commissionen will und raven hab ich halt auf discord deswegen war es für mich nicht wichtig da rein zu folgen aber ich hab jetzt meinen follow da gelassen ja twitter und follows ist immer ist immer ist immer so ne sache einmal siten ist noch offen du willst doch nicht dehydrieren oder okay Leute schlucken einmal schlucken müssen wir noch schlucken ja gut passiert halt ne und nexon für 15 monate auf tier 2 dankeschön vielen 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 lieben dank schlucken 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 wir müssen coole augen auf dieser welt verteilen ihr habt gerade gesehen jemand findet das ein bisschen cursed mit den augen ich auch keiner und ich liebe es ich auch keiner and i love it i love it ne ich hab ich folge ich folge einfach auf twitter irgendwie sehr sehr wenig leuten die die ich wirklich mag ne wie soll ich das sagen also ich versuche es zu ändern weil ich gemerkt habe dass leute traurig sind wenn ich ihnen nicht folge aber es ist schwierig ich finde es auch cursed ja aber es ist super nice es ist genau wie es sein soll genau so muss es das ist wie wenn du lol was ist das das ist einfach das boobie mode boop das ist halt wie wenn wenn ich meinen kopf so ganz groß editiere okay nicht den kopf sondern die augen dann dabei und dann so richtig den glubschi mache man muss ja nicht jedem folgen nee nein darum geht es gar nicht aber manche denken wenn man einem nicht folgt dass ich dass man sie dann hasst und oder dass man sie nicht mag und das tut mir immer ein bisschen leid weil so so benutze ich twitter eigentlich gar nicht warum gibt es das noch nicht auf discord also wahrscheinlich dauert das ein bisschen bis sich der server gesynkt hat und du die modes dann auch auf discord benutzen kannst ansonsten helfen wir nach nach dem stream yes twitter die plattform omatis zu finden und zu shitposten yes yes shitpost ist wichtig warum hast du mich nein wer so denkt die haben glaube ich andere probleme es denken sehr sehr viele so auch sehr viele leute die ich sehr gerne mag und das ist jetzt auch nicht schlimm so zu denken man muss ich nur halt manchmal so ja man darf sich selbst nicht so verrückt machen das ist eher so die sache aber das heißt jetzt nicht dass Also ich meine, es ist natürlich nicht so toll, dass du da Gewitter hast bei dir. Ich hoffe, du und alles bleibt verschont. Oh, ich muss jetzt, ich muss wiggeln, wiggeln! Oh, wenn ich die Musik höre, kriege ich instant Bock auf Zelda. Oh man. Das Back-Emote nur als Text angezeigt, wenn ich es selber poste. White Wolf, ja, das ist normal am Anfang. Ein paar Mal refreshen, ein bisschen warten und dann geht's vielleicht. Zelda, let's go! Es ist im Mai soweit, Leute. Im Mai ist es soweit! Kann man dir irgendwo schreiben bezüglich paar Fragen? Du kannst dir jetzt im Chat schreiben und fragen, falls ich es nicht übersehe, hoffentlich. Ähm, Zelda-Stream 1, also das Release-Date von Tears of the Kingdom ist Mitte Mai oder so. Tears of the Kingdom. Ähm, 12. Mai. Also wirklich Mitte Mai. Fast. Ja! Ist halt Alltag. Irgendwann denkt man nicht mehr über unnötige Sachen nach und ignoriert die Shitposts, Spam-Mails und so weiter. Ja, also es gibt so Sachen, die sind manchmal so crazy, die behält man sich im Kopf, aber meistens, ja, meistens verdrängt man das einfach so. Wenn man aber mal drüber spricht, dann fallen manchmal so ein paar Geschichten ein, so wilde Sachen, die man mal erlebt hat oder gelesen hat. Ja. Welche Mehlsorte hast du gegessen? Also ich weiß jetzt nicht, ob ich mir einfach ein bisschen Mehl reinschaufeln würde. Fühl ich nicht so. Fühl ich nicht so. Ginger hat nie OOT gespielt. Ähm, hab ich nicht. Ich meine, ich hatte das auf dem... Gab's da nicht einen 3DS-Remake von? Moment, was? Hast du nicht? Ich hab das aber bestimmt nicht im Stream gespielt. Das auf jeden Fall nicht. Hast du nicht, Ginger? Da gibt's einen 3DS-Remake, ja. Ich hatte das 3DS-Remake auf dem 3DS. Aber ich hab das nicht durchgespielt, das weiß ich auch. Weil ich nie... Ich hab noch nie ein Zelda ohne Stream durchgespielt. Also ja, also so richtig durchgespielt hab ich's nicht, aber ich hab Let's Plays mal gesehen oder sowas. Das war's dann aber auch. Nee, OOT hab ich noch nicht gespielt. Wegen dir suchte ich jetzt schon tagelang Frostpunk. Ja! Ich meinte... Das ist aber nicht gut. Süchte sind nicht gut, ja? M-m-m. 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 Ja, auf Switch? Gibt's das auf der Switch? Ja, dann... Ja, dann... Ja, easy! Wenn's das auf der Switch gibt, dann kauf ich mir das da und dann spielen wir das da. Ja, easy! Ja, Wii U... Wii U geht auch Lini, aber das ist ein bisschen ekelhaft. Auf der Switch ist immer angenehmer. M-m. Auf der Switch im Online-Abo drin. Oh. Wait, aber hab ich das dann nicht? Müsste ich doch dann haben, oder? Über Online-Premium. Ja, okay, aber solange ich rankomme, ist ja easy. Hast du Undertale gespielt? Yes! Oh! Kax, hast du die Expansion vom Online-Abo? Wahrscheinlich nicht. Aber solange ich das noch kriegen kann, du hast das billige Online-Abo. Oh, Ginger, nur das billige Nintendo-Online-Abo. Man, dann kann man nix machen. Oh, ich hab was ganz vergessen, Leute. Bevor wir hier sitzen und weiter quatschen. Leute, das Pat-Pat funktioniert doch wieder. Das muss ich anmachen. Das Pat-Pat funktioniert ab heute wieder. So, ich hab's angemacht. Oh, 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 oh. Ja! 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 Pat-Pat funktioniert. Au! Krieg ich voll an die Backe, Alter. Mucho-Zilla, hey! Aua! Hey! Dankeschön für 29 Monate, Dankeschön. Ja! Das klebt an meinem Kopf, das klingt irgendwie nicht so gut. Warte, ich muss das Pat-Pat. Was hab ich für einen Cool-Down drin? Fünf Minuten. Ja, fünf Minuten ist eigentlich voll fein. Ne, die, 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 das, die abklingt, sei das, ist easy. So. Na, da, boop, boop, boop. So. Wow! Endlich mal was anderes als die komische Winnie anhand. Ja! OT-Koop-Strim. Warte, was, Wusti? Oh, ich hab' aber gesehen, du hast das gemacht. Bei wem? Aber ich weiß grad nicht mehr, bei wem. Mit wem hast du das im Koop gespielt? Ach, bei Rübe, ja! Ich hab' da einen Clip auf Twitter gesehen, aber ich war gerade so irritiert so. Ah, bei Lot... Ne, warte, bei Lotta doch nicht. Elia? Ne, Elia hat das mit Lotta gemacht. Hä? War ich kurz irritiert. Hm. OT-Multi-World-Randomizer mit allen Leitmotiv-Leuten. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Deine Musik auf Spotify ist sehr cool. Da erfreut mich, dass dir meine Covers gefallen. Dankeschön. Ja. Hab' bald herausgefunden, dass das neue Zelda bald rauskommt. Yes! Im Mai! Hattest du mal die Idee, ein Engel zu werden? Das, ähm... Ja, ich bin einmal aufgewacht und war dann so... Oh! Das wär's doch jetzt! Ein Engel sein! Ah! Leider bin ich kein Engel. Ja, und da war ich einfach den ganzen Tag traurig. Weiß nicht. Ne, man weiß... Man weiß ja nicht, ne? Also, einen Randomizer würde ich noch nicht empfehlen. Also, ganz ehrlich... Wusste ich, ich mochte auch den Randomizer schon in Hollow Knight nicht. Und ich liebe Hollow Knight. Also, das war mir viel zu stressig. Ähm... Da seh ich... Obwohl Randomizer vielleicht ohne... Nicht als Race ist vielleicht doch ganz chillig. Wenn man das Spiel halt gut kennt. Aber, hm. Ein Randomizer ohne Vorkenntnisse macht keinen Sinn. Ja. Ne, das stimmt. Und... Mmh. Dankeschön für elf Monate. Fast ein Jahr. Dankeschön. Dankeschön. Ich hätte dir gerne mal vorgeschlagen, mit einer Person deiner Wahl einen Hollow Knight Multi-World Randomizer zu... Oh, by the way, Leute, ich kann euch mal meinen Stream-Plan zeigen. Sie look at my Stream-Plan... Oh, die Modes sind da noch. Leute, guckt mal! Ähm, wir spielen heute... Pokémon-Pour-Pour-Pokémon-Pour-Pour-Pour-Pour-Pour-Pour-Pour-Pour-Pour-Pour-Pour-Pour-Pour-Pour-Pour-Pour-Pour-Pour-Pour-Pour-Pour-Pour-Pour. Ja, ich will heute wieder mit euch ein bisschen Pokémon weiterspielen. Ähm, ich will actually Pokémon bald mal beenden. Ich weiß gar nicht, wie lange wir noch brauchen dafür. Und ja, ja, zeig uns den Stream-Plan. Die Zero. Nicht Pokémon-Po... Ey, du bist auch so ein Pokémon-Popo. Was zum Pokémon-Popo? Also, so weiß ich nicht. Freust du dich schon auf Hollow Knight-Six-Song? Yes, tu ich. Wer tut das nicht? Bessere Frage. Heute ist Pokémon, nicht Dead Space. Ja, Dead Space gibt's aber auch noch. Für Pokémon! Yeah! Danke für die 100 Bitties. Dankeschön. Wir haben noch zwei Geheimversteckungen. Aluvra? Warum? Why? Dankeschön, Aluvra. Vielen lieben Dank für deinen Toilettentaucher-Pups. Dankeschön. Ach, wegen Pokémon-Popo. Die Gedankengänge sind großartig, die ihr habt. Absolut. Ja! 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 Part, part geht wieder. Ich hab... Ich hab das so vermisst. Ich hab das so vermisst. Warum find ich das Furzen so lustig? Ich liebe den Sound. Der Toilettentaucher-Pups ist einer meiner liebsten Sounds. Vor allem ist der so laut. Der fängt so leise an und wird so mit zum Ende lauter. Heute Pokémon Space. Nächstes Mal Dead Purpur. Ja, so ungefähr. Ungefähr, ne? Naturios! Das zweite Kind! Danke für dein Tier-2-Reserve. Dankeschön für 18 Monate. Hallo, du! Hallo, hallo, hallo! Schön, dass ihr da seid. Dankeschön. Majora, bitte was? Ich hab eigentlich Tom gefragt, aber Tom möchte auch nicht mehr. Also ja, naja. Weiß ich nicht. Zitarius, hallo! Halli, hallöchen! Was? Was? Nee, selbst wenn müsste man das ja von vorne machen jetzt. Hm, 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 hm. Ich finde Pokémon nicht mehr geil. Die neuen sehen immer schlechter und schlechter aus. Das kann ich nicht so bestätigen. Also, dass die Pokémon... Also, dass Designs im Pokémon nachlassen, kann ich absolut gar nicht bestätigen. Ist natürlich absolut... Ist ja vielleicht auch so ein bisschen, ähm, äh, 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 subjektiv. Aber... Viele neue Pokémon sind absolut based. Was heißt das? Also gut. Agreed, wo ist die? Ich finde die wirklich... Also, ich hab bisher sehr, sehr viel Fun mit dem neuen Pokémon. Und allgemein die ganzen Designs von den Charakteren und so sind auch einfach... Die will man einfach abschlabbern. Hm. In Furpo... Was? In Purpo fand ich alles absolut schrecklich. Echt? Was? Dabei liebe ich so viele Pokémon, die es da gibt. Das heißt, die sind designtechnisch grandios. Viele davon sieht man aktuell auch in kompetitiven Formaten. Oh! Yes. Also, ich... Also, ich finde, man kann über die neuen Pokémon-Spiele alles Mögliche sagen. Meine Lieblings-Gen ist und bleibt immer noch Gen 5. Das ist ein bisschen her. Ähm. Und, ähm... Ja. Aber die Designs der neuen Pokémon sind wirklich nice. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass sie... Also, es gibt in jeder Gen Pokémon, die irgendwie einfallslos sind. Und, oder irgendwie, wo man sich denkt, ey, was ist denn das eigentlich? Ähm. Aber... Es gibt in jeder Gen auch absolut nice, geniale Pokémon. Pokémon weiß Blindstream-Mann. Klar doch. Schwarz-Weiß 2 unter dem besten Games jemals. Oh, yeah. Schwarz-Weiß 2 war so nice. Yes. Boah. Okay, Leute. Wollen wir eigentlich langsam anfangen mit Pokémon? Boah, erstmal schlucken, weil wir machen jetzt schon eine Stunde. Schlucken! Aber dann würde ich langsam... Langsamer anfangen. Schlucken! Schlucken! Machst du wieder ein Musikvideo, oder ist das unangemessen? Meine Videos sind generell immer unangemessen. Aber, ähm... Sorry, ich finde die Frage gerade sehr interessant, auf jeden Fall. Musikvideos kommen, wenn sie kommen. Wenn sie fertig werden. Unangemessenes Musikvideo. Ah, Ginger Samarin, Treasure... Treasure Chest? Treasure Chest? Es heißt Treasure Box, oder? Ich war gerade so irritiert. Irgendwie hieß es, glaube ich, anders, das Lied. Aber, äh, Treasure Box. Ja, 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 ja. Wie geht's mit dem Lüste sind gesund, äh, voran? Ja, geht gut voran. Danke der Nachfrage. Echt? Oh my bad. Ne, alles gut. Ich war nur gerade so... Mein Kopf so... Irgendwas stimmt da nicht. Okay, Leute, let's go. It's time for Pokémon. Ich will anfangen mit Pokémon. Ich muss erst mal... Leute, hört auf. Oh, ich bin ein bisschen riesig. Ja, Yin-Yapati. Yin-Yapati. Ja. Ja, ja. Oh, was mache ich denn hier? Wo sind meine Alerts? Wow. Oh, ich hab sie gleich. Hä? Wo sind meine Alerts? Wow. Ah, hier. Moment. Okay, ich hab's. So, wen soll ich denn anzwinkern? Da, 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 da. Da, 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 da. Aluvra! Aluvra! Äh, äh, äh. Aluvra, hallo! Hallo, Aluvra! Okay, mehr gibt's nicht. Mehr gibt es nicht. So. Dann gehen wir über zum Spielen. Upp. Oh. Hä? Wuhu! Ja! Wuhu, 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 wuhu. Warum, warum bist bei dem Patpat jetzt gerade eben auch... Wow. Warum sind da auch diese Streifen angegangen? Was war das? Passiert das jetzt immer beim Patpat? Hä? So. Du bist zu weit weg von der Kamera. Nein, bin ich nicht. Bin ich nicht. Oh, shit. Wo mache ich mich denn jetzt wieder hin? Ich vergesse immer, wo ich mich hin mache. Ich muss mich so richtig klein machen in dem Spiel, ne? Damit ich nicht die halbe Welt verdecke. Irgendwo hier hin? Okay. Let's go. Ich habe das Spiel eigentlich auch schon eingemacht. Das hatte, by the way, ein Update. Ich weiß nicht, was das Update war. Ähm. Steckt meine Elgato nicht mehr? Ich muss mal ganz kurz unter dem PC kriechen. Moment. Moment. Moment, Moment. Moment. Oh, hallo. Konntet ihr sehen, wie genervt ich gerade war? Oh, bin ich mute? Oh. Oh. Oh, hallo. Etegon. Dankeschön für sieben Monate. Vielen, vielen lieben Dank. Man konnte es perfekt sehen. Freut mich. Man konnte es spüren. Hallo, Leute. Hallo. Ich bin wieder da. Wir machen eine Planänderung heute, ja? Ähm. Noxor. Dankeschön für drei Monate. Papers, please. Papers, please. Wir machen... Wir spielen jetzt was anderes, ja? Wir spielen jetzt Papers, please. Das wird lustig fürs VOD zu schneiden. Es geht. Also... Da muss Steve das halt alles nochmal zusammenkleben. Geil ist das nicht. Aber er überlebt das bestimmt. Okay. Danke, Steve. Schon mal. Hashtag danke, Steve. Boop. Okay, Leute. Papers, please. Sollte ich auch noch... Ich habe ja meinen Sony Vegas offen. Wieso bist du denn jetzt offen? Ich habe einfach meinen... meinen... halben PC einfach ausgelastet mit irgendwelchen Dingen, die gerade gar nicht offen sein müssen. Nun. Einfach Stream live schneiden. Ja, was ist denn das? Papers, please. Leute, kennt ihr Papers, please? Ich habe das schon mal gespielt, aber das ist richtig lang her. Oh, ich muss es runterladen nochmal. Okay, es ist wohl wirklich sehr, sehr lange her. Aber das ist ein ganz tolles Spiel. Und wir können Menschen unterdrücken. Ich liebe es. Das ist ein großartiges Game. Ich kenne es nicht. Großartig. Dann werde ich es euch zeigen. Oh Gott, oh Gott. Das ist einfach angegangen. Oh Gott. Aus. Oh, ist das laut. Oh, das ist ziemlich laut. Uuuh. Uuuh. Das war ganz schön laut. Das war ganz schön laut. Ah, guck mal, da ist es. Oh, die Musik ist doch schon schön, oder? Ah, guck mal. Oh, die Musik ist doch schon. Papers, please. Oh, die Musik ist doch schon sehr. Oh, die Musik ist doch schon. Oh, duuh. Oh, duuh. Glory to Ostotzkaya. Ja. Für deine Mühen bekommst du eine kleine Aufmerksamkeit, wenn bei dir auch Robéas heute nicht mag. Dankeschön. Ja, ist ein bisschen doof, aber dann improvisieren wir jetzt. Improvisieren, Glory to Astotzka! Leute, wir spielen ein ganz, ganz tolles Spiel. Ähm. Da geht es darum, die Papiere von Einreisenden zu kontrollieren. Ich bin quasi ein Grenzkontrolleur und muss die Papiere kontrollieren. Ich entscheide, wer durch darf und wer nicht. Ha, ha, ha. Ist ein ganz tolles Spiel. Da gibt es ganz viel Gerechtigkeit und ja, da ist viel Freude und es ist einfach schön. Einfach schön. Einfach ein niedliches Spiel. Na, Yoshi, dankeschön für 25 Monate. Dankeschön! Dankeschön! Oh! Das macht einfach gute Laune, ja. Ja, actually ist das ein Spiel, bei dem ich mich derbe konzentrieren muss. Ähm, ich hoffe, ich kann das gut rüberbringen, aber es ist ein sehr, sehr gutes Spiel. Glaubt mir. Heute kein Pokémon, ein Pokémon funktioniert nicht. Meine Capture Card will nicht. Mmh. Yes, das ist quasi der Zoll-Simulator, genau. Zoll-Simulator! Okay. Dann let's go. Achso, weil dann schreibe ich aber, ändere ich aber den Titel um. Ähm. Mmh. Die Arrest-Vibes. Wie sieht es diesmal mit Tipps oder Info durch den Chat aus? Mmh. Ich kann mir vorstellen, dass es viele Leute gibt, die das Spiel schon sehr gut kennen und dann einfach spoilern, also einfach sagen, wo der Fehler wo sein könnte. Das finde ich irgendwie ein bisschen doof. Eigentlich hätte ich aber theoretisch nichts dagegen, wenn ihr mitratet. Hm. Oh, Lini, du kamst mir sogar zuvor. Ups. Hihihi. Mmh. Wär es mehr Jandere deine Capscha oder du? Warte, was? Was? Hallo, rüber! Also, ich weiß nicht. Das ist die Frage, ob wir Spoiler löschen sollen. Also, ich glaube, ich würde sagen, ich würde sagen, behaltet, wenn ihr irgendwas erkennt, versucht es vielleicht für euch zu behalten. Sing, 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 sing. Ich werde dich immer vermessen. Sing, 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 sing. Ah, Katze, das Dankeschön. Dankeschön. Danke für die tollen Streams, jedes Mal gleich. Ich bedanke mich, dass ihr da seid und wir jetzt Paper Slee spielt und ich habe da so Bock drauf, Alter. Ich habe da so Bock drauf. Oh, yeah. Okay. Wir spielen die Geschichte. Wir fangen einfach mal an. Oh, ich habe hier schon gespielt. Wann war denn das letzte Mal? 30.05. Aber von wann ist das? Schade, das kann ich nicht sehen, ne? Whee! Whee! Nee, wir machen neu. Wir machen neu! Oben seht ihr, wie welche Enden ich freigeschaltet habe? Eigentlich kaum welche. Krass. Okay, wir machen aber neu. Herzlichen Glückwunsch. Die Arbeitslotterie des Monats Oktober ist abgeschlossen. Und ihr Name wurde gezogen. Ja, ich habe Arbeit! Scheiße. Ja, ich finde, dafür kann man mir auch mal applaudieren. Woo! Woo! Ja, ich habe Arbeit! Ich habe Arbeit! Oh, nice. Melden Sie sich umgehend zum Arbeitseinsatz beim Ministerium für Grenzschutz am Grenzübergang. Grästen! 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 Mein Kopf ist ein bisschen davor. Blindenos! Danke für 17 Monate! Dankeschön! Oh! Wachjobs verlosen? Ja, natürlich! Und ich habe gewonnen! Ich bin ein Glückspilz! Dresden! Nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Shintaku! Dankeschön für zwei Monate! Oh! Guck mal! Das sind schöne Plattenbauten! Ist das nicht toll? Ich finde auch die Perspektive so schön, dass du dich fühlst wie so ein kleiner Pups. Du stehst hier und guckst du nach oben. Ah! Dankeschön! Rainbow Rocker! Oh! Das ist auch voll in Ordnung! Das ist voll süß! Dankeschön! Dankeschön! Vielen, 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 vielen Dank! Ich freue mich! Die Sounderleute hebe ich mir für morgen auf. Alter, diese Drohungen, ey! Diese Drohungen! So! Eine Wohnung der Klasse 8 wird Ihnen und Ihrer Familie in Ostchristien zur Verfügung gestellt. Klasse 8? Das klingt ja großartig. Oh, Wicja! Danke für dein Sub-Gift! Dankeschön! Am Power-Zubi! Das sind die besten Bauten. Da bekommt man, ohne dass man es möchte, mit, ob der Nachbar groß oder klein war. Oh, nee! Es lebe Astotzka! Ja! Grenzübergang-Restin endlich eröffnet's! Guck mal, die Zeitung heißt Die Wahrheit von Astotzka. Unbezahlbar! Unbezahlbar! Was? Nach sechs Jahren, äh, nach sechs langen Jahren ist unsere Sicherheit auch wirklich garantiert? Leute, dafür bin ich jetzt an der Grenze! Ich werde die Sicherheit gewährleisten! Ja! Familien vor Zusammenführung! Ist das nicht schön? 23. November Ah! 1982! Guckt mal, Leute, das ist das Game. Ich bin tatsächlich ein bisschen davor. Upsi! Ich mach mich mal doch ein bisschen kleiner. Ähm... Denn unser Main... Das Main-Spiel ähm... spielt sich in dieser unteren Hälfte ab. Das ist mein Schreibtisch. Hier. Dann ist hier so ein Cut. Und hier ist, ähm... der Besucher. Die stehen hier schon Schlange. Ja, der Besucher, also der Einreisende, er heißt das ja wohl, ja. So, ähm... Bop, bop, bop. Ich pack mich mal hier hin. Ein bisschen verdenk ich immer noch. Aber das ist halt so. So, lasst mich mal kurz die Nase putzen. Ich muss kurz. Und dann lesen wir uns unsere Anweisungen durch. Ich muss mir kurz die Nase putzen. Ich bin der ganze Zeit so... Moment. Ah! So, ich bin fertig. Sorry. So! Unleash the Slimes. Ja, ich bin noch super schleimig. Hm. So. Wunderschön. Astotzka. 23.11. Da haben wir heute. 1982. Ministerium für Grenzschutz. Offizielle Depesche. Inspektor. Das sind wir. Inspektor. Willkommen bei Ihrer neuen Position am Grenzübergang. Kirsten, Dankeschön! Ich freue mich. Stempeln Sie Einreisevisa in Pässe und geben Sie die Dokumente den Einreisenden zurück. Oh, das ist ja easy. Nur Bürger von Astotzka sind zur Einreise berechtigt. Alle Ausländer sind abzuweisen. Es lebe Astotzka! Okay, alle Ausländer, Ausländer, raus! Oh mein Gott. Okay, wissen wir Bescheid. Okay, hier steht nochmal, hier guck, ich kann das auch weiter hier hinpacken. Weißt du, ich bin nicht happy. Machen wir mal so. So finde ich besser. Mein Gesicht ist wichtig. Achten Sie auf die im Pass angegebene Nationalität. Also das hier ist der Pass. Ja. So sieht das dann aus. Und hier unten sehen wir die Nationalität. Okay, nice to know. Gaijin, nicht so Sugoi an diesem Grenzübergang. Nee, no Gaijins. No Gaijins. Oh, ich finde das gut. Es lebe Astotzka, yeah. Ja, man. Möker, nein. Astotzka Ministerium für Grenzschutz, Grenzpostenkabine. So, hier, das ist unsere Kabine. Hier sind die Rolladen. Das ist die Tresen. Hier sind die Vorschriften. Oh, die sollten wir uns vielleicht angucken. Gleich. Ähm, hier ist Zeit und Datum, damit wir auch wissen, was wir heute für einen Tag haben. Damit können wir Audio Transkript, ich weiß gar nicht mehr, sprechen wir den anderen dann an? Oder fragen wir nochmal nach? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Was die Päschen sind, weiß ich jetzt gerade noch nicht mehr. So, dann noch aktuelles. Grenzübergang endlich eröffnet. Okay, und das Wetter. Okay, das haben wir uns ja schon angeguckt. Gut, dann packe ich das hier mal ganz in die Ecke. Das brauchen wir erstmal nicht mehr. Was ist das hier? Unsere Stempel! Ob jemand genehmigt oder abgelehnt wird. Okay. Gut, das sind unsere Regeln. So, wisst ihr, die alle warten hier und ich bin so, oh ja, ich schließe mir erstmal nochmal alles durch. Die stehen da und warten. Hab bitte nochmal Schlucke auf, das Creech zu süß. So funktioniert das nicht. So funktioniert das nicht. Nagisa, danke für 14 Monate. Dankeschön. Aber mir gefällt es hier. Könnt ihr so ein süßes Gesicht rausschmeißen? Ja, Arrest. Hm. Ach, die Päsche ist der Zettel, den ich eben gelesen hab. Ah! Yes, you're right, den kann ich da wieder reinstecken. Okay. So, wir haben, oh, das muss ich mir jetzt erstmal alles einprägen hier. Das wird, das ist tatsächlich ziemlich anstrengend. Ich hab das, als ich das erste Mal dieses Spiel gespielt hab, ist ewig her schon. Ähm, braucht man einen guten PC für Papers, please? Ich glaube nicht. Ähm, hab ich, also du musst dir das halt alles merken. Das ist echt viel. Es wird, das wird mit der Zeit echt viel. Und das wird echt anstrengend. Grundvorschriften. Person muss einen Pass haben und nur Bürger von Astotzka. Das geht ja noch. Einigte Föderation, Impor, Republiken, Antegrien, Obristan, Kollegien, Astotzka. Diplomatensiegel. Also hier sind die gültigen Siegel gelistet. Astotzka Distrikte. Wahrscheinlich damit ich weiß, ob der ja auch wirklich aus Astotzka kommt, nehme ich an. Okay. Ich glaube, das kriegen wir hin. Karte, Info zur Kabine. Okay, das kriegen wir hin. Okay, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Leute, are you ready? Are you ready? Lassen wir den ersten rein? Ich mache schon mal hoch hier. Hallo, wir können jetzt rein, wir fangen an hier. rein hier. Hallo, junge Frau. Oh, sie sehen aber nicht mehr so gut aus. Papiere bitte. Endlich kann ich nach Hause. Ja, das wollen wir erst mal gucken, ob du nach Hause kannst. So. Warte, wie funktionierte das nochmal? Ich konnte irgendwie so Dinge miteinander vergleichen. Aber ich glaube, das kann ich noch gar nicht. Okay, warte, ich packe das hier mal hier hin, weil das ist jetzt nicht so wichtig. euch interessiert ja jetzt nur das hier. Das Büro hat geöffnet. Ja! So, Astotzka. Ablaufdatum, dritter, siebter. Das ist noch nicht. Das passt hier. Äh, das passt. Weiblich, scheint zu passen, geboren. Ähm, ja. Kann ich schon irgendwas irgendwie vergleichen? Ich kann mir das nur angucken und gucken, ob sie aus Astotzka kommt, ne? Und sie kommt aus Astotzka, oder? Was ist denn Paradiesner? Warte, das muss ich jetzt, kann ich hier nochmal nachgucken? Ah, hier. Paradiesner. Steht hier auch drin. Passwert aus, muss gültig sein. Paradiesner auch richtig geschrieben? Ja. Ja, ja. Oh, stimmt, die Zeit läuft, ja. Oh, ja, ab jetzt läuft die Zeit, ab jetzt läuft die Zeit, das stimmt. Oh no, das hab ich voll vergessen. Egal, wir lassen uns am Anfang Zeit, das reicht schon. Kann ich das hier schon überprüfen? Der Pass ist abgelaufen. Nein, 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 ist er nicht. Ich glaub, sie ist richtig. Ich glaub, sie ist richtig, oder? Meine junge Frau. Ich kann leider, kann ich nicht, woher soll ich wissen, dass diese Nummer hier richtig ist? Egal, ich lass sie jetzt rein. Äh, sie sind clean. Sie können gehen, meine Frau. Hier. Sleba Stotzka! Sleba Stotzka, nächster! I really hope. Okay, war richtig anscheinend. Wir kriegen nämlich eine Strafe, wenn wir das falsch machen. Dieser Grenzübergang ist kleiner, als ich dachte. Ja, was hast du denn jetzt erwartet? So, ja, sieht gut aus. Männlich ist wahrscheinlich auch richtig. Geboren, ja, I guess, aus Enkio. Impor. Ähm. Impor. Aber dann darf ich dich nicht reinlassen. Ja, dann tschüss. Tschüss, was willst du denn hier jetzt? Hallo? Nächster! Was willst du denn? Komm, jemand aus Impor, was soll das denn? Acht Stunden habe ich in dieser beschissenen Schlange gewartet. Ja, sorry, ich musste noch einen Kaffee trinken. Oh, das war der Letzte. Ich konnte jetzt nur drei Leute reinnehmen. Das ist jetzt natürlich nicht so gut gelaufen. Alter! Hat die einen langen Hals, my girl! Woo! Einen dicken Hals. Schau mal, unten rechts in die Ecke, dass du dieses Vergleichteil öffnen kannst. Unten rechts in die Ecke. Bei mir ist hier nichts unten rechts in der Ecke. Also da ist jetzt hier auch mein Kopf vor, aber da ist wirklich nichts. So, die Zeit ist abgelaufen. Das heißt, ich konnte jetzt nur drei Leute an diesem Arbeitstag untersuchen. Aber Lissrenadi Republiken, das ist ja aber auch, das ist ja auch ein Ausländer, oder? Och, was wollt ihr denn hier? Kannst direkt gehen. Tschüss! Ich fass es nicht, fahr zur Hölle! Oh, ich kann doch noch jemanden rannehmen. Abgelehnt! Papiere bitte, mein Freund. So, Astotska Paradies, da hatten wir auch gerade männlich. Ablaufdatum seems right. Sieht auch aus. Sieht auch gut aus, oder? Unten rechts in der Ecke steht, Abo verlängern. Hallo, Stirio! Ja, dann, ich glaube, der kann rein. Die Warteschlange so, äh! Ich glaube, Sokolov, Timofei. Ich kann leider nicht sagen, ob das richtig ist, aber du hast Stotska, klingt gut. Paradies, da haben wir schon gesehen. Ablaufdatum stimmt. Ja, ja. Ja, dann kannst du rein, mein Freund. Es lebe, Stotska! Ist ruhig, hä? Ich dachte, ich kann jetzt keinen mehr rannehmen. Ich glaube, der erste Arbeitstag ist noch ein bisschen anders. Hä? Der kam nur hier rein und hat mir gesagt, dass das ein Fehler war, den Grenzübergang aufzumachen. Hat der mir gedroht? Ach so, das habe ich ganz vergessen. Nach 18 Uhr gibt es für Einreisende kein Entgelt mehr. Das heißt, das heißt, ich kriege wirklich keinen, habe wirklich kein Geld für die anderen gekriegt jetzt noch. Oh. Heute wohl kein Essen. Wir haben kein Geld. kein Geld. Nein, ich soll gerade sitzen, mache ich kurz. Scheiße, no. Oh, übrigens, Leute, übrigens, übrigens, Leute, look at that, look at that. Wir wohnen jetzt in Klasse 8, wunderschön, Tag 1. Wir haben Frau, Sohn, Schwiegermutter und Onkel und die sind okay. Die sind okay. Gucken, wie lange noch, mal gucken, wie lange noch. Ihr Gewinn, minus 5 Geld. Das ist irgendwie gar nicht mal so geil. Scheiße. Ja, ich glaube auch für wahrscheinlich 5, ähm, 5 Geld für jede Person, die wir vor 18 Uhr durchkriegen. Scheiße, ich muss schneller werden, Leute, ich muss schneller werden. Ich kann Heizung rausnehmen. Ja, aber dann frieren wir. Nee, ich heize mal. Heizen ist besser als, als Essen. Können relativ lange ohne Nahrung und Heizung auskommen. Ja, wenn ihr das so sagt, Chat, soll ich, soll ich Heizung machen? Soll ich Nahrung machen? Ach, unsere Familie braucht keine Heizung. Wer braucht Essen, Heizung, ist egal, ne? Können wir auch, guck mal, dann haben wir sogar, haben wir Minusgeld heute gemacht. Ja, dann gehen wir mal schlafen. Easy. So, was steht in der Zeitung? Mehr Handel und Kooperation erwartet Analysten in Feierlaune. Grenzübergang ist ein Erfolg. Ja, finde ich gut. Mhm. So, Astotzka, Ministerium. So funktioniert das nicht. Trotzdem mal appreciated, appreciated, appreciated. Ich, ich werde es unter meinem Kissen bunkern. Das ist, glaube ich, gar nicht, gar nicht so schlecht, ne? Astotzka, Ministerium für Grenzschutz, offizielle Depesche. Inspektor, mit dem heutigen Datum ist auch Ausländern mit gültigem Pass die Einreise gestattet, zu gestatten. Oh, ihre Kabine ist jetzt mit Geräten zur Prüfung ausgestattet. Ah, endlich, das hat mich gerade so, ich war so verunsichert, weil ich nichts prüfen konnte. Diskrepanzen hervorheben. Ich habe jetzt hier so einen Knopf hier in der Ecke. Damit kann ich Diskrepanzen hervorheben. Das kann ich auch mit irgendeinem Shortcut. Ich weiß nur nicht mehr mit welchem. Egal. Ähm, welche drücke und dann kann ich Dinge anklicken, wenn ich merke, hä, das was da steht oder das was der sagt, macht keinen Sinn. Dann kann ich das, äh, abgleichen und dann sagen, ey bro, du hast gerade irgendwas Falsches gesagt. Du hast irgendwas gesagt, was nicht stimmt. Ähm, und ihn darauf hinweisen. Das ist schon mal ganz cool. Oh yeah. Okay. Ey, Skayakuma, Skayakuma, Dankeschön für 25 Monate. Danke für dein Resub. Dankeschön. Dankeschön. Heute doch kein Pokémon. leider hat es, hat meine Capture-Card nicht funktioniert. So. 24.11.82. So. Mit dem heutigen Datum, genau. Ähm, Ihre Kabine, genau. Alle Passdaten sind sorgfältig auf Diskrepanzen zu überprüfen. Einreisefliege mit inkonsistenten Daten sind abzuweisen. Ja. Prüfmodus. Der Prüfmodus, den Prüfmodus können Sie mithilfe des roten Knopfes aktivieren. Markieren Sie bei der Prüfung zwei diskrepante Angaben, um weitere Maßnahmen ergreifen zu können. Dieser Posten unterliegt den Vorschriften und Richtlinien des Ministeriums für Grenzschutz. Die Vorschriften sind eingehend zu studieren. Es lebe es dort gar. Markieren Sie zwei Diskrepanzen im Prüfmodus, um ein Verhör durchführen zu können. Genau, wie ich gerade sagte. Zum Beispiel, Ablaufdatum, sehe ich, oh, das stimmt nicht. Dann sage ich, markiere ich das und markiere das Datum, also die Zeit, und sage, klopf auf meine Uhr. My Bro, das ist abgelaufen. Nee, du. Rollladen. So, okay. Ja, dann passt das aber. So, Leute, are you ready? Are you ready? Ruhm mir mal den nächsten rein. Let's go. Es ist genug Zahlung für den Ruhm Astotzkas zu arbeiten. Ja, Mann. Rein da. Ja. Papiere, bitte. So, meine junge Frau, das sieht gut aus. Joko Stadt. Kollegien. Ähm. Oh, stimmt. Gab es da jetzt nicht noch ein Dings? Achso, Person muss Pass haben. Aber sonst gab es nicht. Joko Stadt. Kollegien. Kollegien, Joko Stadt. Ist richtig geschrieben. So, die Zeit ist gültig. Ähm. Warte mal, braucht die dann noch eine Einreisegenehmigung? Scheiße. Mit gültigem Pass. Nee. Ja, dann kannst du gehen. Okay, let's go. Du kannst gehen. Machen sie mir ja keine Ärger. Oh, ich hoffe, das war richtig. Hallo. Na, so. Oh, du hast ja aber keine Mütze auf. Das finde ich nicht gut. So, weiblich. Wahrscheinlich. Richtig. Wanderlugtbo. Was ist Wanderlugtbo? Antegrien. Antegrien. Äh. Da steht aber nix von Wanderlugtbo. Äh, wo? Warte mal, wo muss ich draufdrücken? Nein, nicht hier. Stimmt das? Passdatum. Passdatum. Dieses Dokument ist abgelaufen. Das muss ein Schreibfehler sein. Ja, dann kann ich eh abweisen. Aber wo, was? Was ist Wanderlugtbo? Ach so, was ist der Name? Ich suche erst mal, was das für ein Ort ist. Was ist denn, wo ist denn Wanderlugtbo? So, äh. Ey, was ist denn das hier? Du siehst ja gar nicht so aus. Wie auf dem Bild. Ja, Aussehen hat sich verändert. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das bin ich. Ja, cool. Was mache ich jetzt? Ist ja toll. Joko statt weiblich. Kollegien. Leute, soll ich sie abweisen oder nicht? Woher soll ich denn jetzt wissen, ob das stimmt, dass sie das ist oder nicht? Ablehnen. Ja? Soll ich? Ihr dürft es sagen. Abweilen. Okay. Tschüss, weg mit dir. Weg mit dir! Arrest! Hier wird auch noch niemand festgenommen. Das ist die Person, die gerade auf dem Pass war! Beeilung, mein Bus fährt gleich. Jetzt tun wir nicht so. Hä? Okay, aber die sieht richtig aus. So, Ablaufdatum. Seems right. Paradiesnah kennen wir. Astotzka ist richtig. Todiska Efi. Weiblich? Okay. Okay. Ja, dann geh. Endlich. Meine Güte. Neue Frisur. Erst aufs Bild, dann auf die Person. Habe ich das gerade falsch gemacht? Republiken. Joko statt... Hä? Hä? Die saustellende Stadt ist falsch. Keine Ahnung, wovon sie da reden. Ja, verpissen sie sich! Tschüss! Das ist falsch! Hallo? Papiere bitte, meine junge Frau. Hallo, mein hübscher Langeweile. Wenn du willst, wenn du dich amüsieren willst, komm vorbei. Äh, bitte. Ähm. Ähm. Ich steck's mal ein. So, danke. So, ähm. Aber, ähm. Sie können mich nicht bestechen, ne? Paradiesnah ist Todiska, ist aber richtig. Das sieht gut aus, weiblich. Ähm. Ja, seems about right. Ja, können gehen. Ich will ein paar Monate lang da sein. Vergiss nicht, uns da zu besuchen. Ja, mei. Ja, weiß ich ja nicht. Ja, weiß ich nicht. Ähm. Papiere bitte. Was bist du denn für einer männlich? Ähm. Zweiter Elfter, das ist abgelaufen, oder? Abgelaufen ist das, oder? Was soll das denn? Höh! Was passiert hier? Ähm. What? Oh. Ich glaube, sie sind jetzt tot. Ich glaube, sie sind tot. Verdammt. Ähm. Oh Mann. Oh. Äh. Voll unfreundlich von dem! Was? Die sind alle am sterben! Guckt euch meine Familie an! Die verreckt! Alter! Die ist am verrecken! Okay, Essen brauchen wir ja nicht unbedingt, oder? Oh. Oh mein Gott. Nein! Schwiegermutti wird nicht geschlachtet. Hallo? Was soll das denn jetzt? So, einmal schlucken, Leute. Schlucken! Oh. Lass die Mimosenheit, äh, ähm, ähm, leiden. So, Gehalt. Guck mal, jetzt haben wir aber viel mehr geschafft. Wir haben sechs, äh, sechs Leute geschafft. Der Arbeitstag fand durch einen Anschlag ein vorzeitiges Ende. Ja, hab ich gemerkt. Zwei Tote, ist ja großartig. Ich hab gerne an meinem Arbeitsplatz zwei Tote und einen Anschlag. Ihr Sohn ist krank, braucht Medikamente. Der Spielstand wird zu Beginn jedes Tages gespeichert. Okay, erst, erst, erst. Ähm. Jo, Leute. Nahrung weiß ich nicht. Brauchen wir nicht. Aber vielleicht heizen wir doch mal. Die werden alle krank. Das ist nicht gut. Doch, doch. Wir müssen, glaub ich, heizen. Die Schwiegermutter, die hier, die muss jetzt ja nicht unbedingt, äh, einen, äh, abdrücken. Nee, Moment. Und, ähm, das sagt man so nicht, oder? Nee, nee, nee. Oh Gott. Äh, Möpi. Möpi. Ich meine, Pit, danke für dein Zappern, Möpi. So rum, wollte ich sagen. Dankeschön. Einen abdrücken, also scheißen. Ja. Wir, wir machen weiter. Wir schaffen das. Terroristen verüben Anschlag in Grästen. Grenzübergang noch stärker gesichert. Mehr Grenzposten, schärfere Kontrollen. Oh. Okay, was bedeutet das für uns? Oh, jetzt sind zwei Leute hier, oder? Drei. Oh, vier. Wow. Wow. Waren die vorher auch schon hier? Vorher war hier nur einer, oder? Ja, warum kam das zweimal? Blood Rampage, danke für 100 Berries. Dankeschön. So, Stotzka. Inspektor, die Einreise aller Nichtbürger ist ab sofort reguliert. Alle Ausländer haben einen Einreisebeleg vorzulegen. Ha, da ist der Einreisebeleg. Verifizieren Sie die Angaben, bevor Sie ein Einreisevisum in den Pass stempeln und die Dokumente wieder dem Einreisenden aushändigen. Okay. Es lebe, Stotzka, Leute. Es lebe, Stotzka. Ich weiß nicht, was gerade passiert ist. Frag mich nicht. Es lebe, Stotzka! Warte mal, ähm. Okay. Wie alt ist das Game? Ist schon ein bisschen älter. Aber die Pixelgrafik ist ja, ist ja gewollt. Ey, warum der Bonk? Es lebe, Stotzka, Jinnjav. Warum sagt ihr Arsch, Stotzka? Das klingt ja schrecklich. Danke, Kai. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Ich mag's hier. Werde öfter reinschauen. Auch mit Einreisegenehmigungen. Weiter so, Ginger. Dankeschön. STW. Ist das richtig? SVTV? Dankeschön. Arsch, Stotzka. Ich war auch so, was? Was? Dein Username ist das Stotzka? Als ob so fehlende Dokumente können durch Auswahl des Tresens, ah, in den Vorschriften abgeglichen werden. Okay, das heißt, ich kann dann sagen, wo sind die Sachen auf dem Tresen? Da fehlt. Da fehlt was. Grundvorschriften. Alle Dokumente müssen aktuell sein. Ausländer benötigen Einreisebeleg und Pass. Okay, Leute. Are you ready? Wir müssen schnell sein. Ich... Wir müssen... Wir müssen schnell sein. Wir müssen was schaffen. Heute, okay? Let's go. Are you ready, guys? Nice. Ich trinke nochmal einen Schluck Tee. Oh Gott. So, rein da. Nächster. Hallo. Habe ich sie schon gesehen? Papiere, bitte. Hallo, hallo. Das sieht gut aus. Weiblich stimmt wahrscheinlich. Ablaufdatum. Great Rapid. Vereinigte Föderation. Vereinigte Föderation. Great Rapid. Klingt gut. Wo ist dein Einreiseblick? Ach, der ist hier. Einreisebeleg gültig am 25.11. Das scheint gut... Sieht gut aus, ne? Kann's gehen. Is your right. Machen Sie mir bitte keinen Ärger. Astotzka heißt sie willkommen. Hallo? Jetzt geh doch. Habt ihr dich auf YouTube gesehen? Ja, hallo. Papiere bitte. Oh, sie sind aber... Sie sind aber cute. Wo ist dein Einreisebeleg? Ähm. Warte. Wo ist dein Einreisebeleg? Hallo? Ohne Beleg können sie nicht einreisen. Bitte. Ach so. Ich wollte jetzt gerade schon... Ja, der hat schon der Finger gejuckt. Great Rapid ist richtig. Das ist richtig. Larkin Jen ist weiblich. Seems about right. Kann's gehen. Ich wollte gerade schon den Finger zücken. Da hast du aber noch mal Glück gehabt. Hast du Glück gehabt? Papiere bitte. Hallöchen. Ich kann dich jederzeit glücklich... Nicht hier so offen. Das macht mich... Das ist schwierig. So, Enkyo. So, ich... Äh... Impor. Enkyo. Scheint richtig. Gültig. Okay, kann's gehen. Komm in die rosa Sünde. Frag nach Ava. Ähm. Kann... Chat, kann jemand Ava notieren? So. Papiere bitte. Antekrien. Danke für den Einreisebeleg. Ist auch richtig. Bild sieht richtig aus. Weiblich. Äh. Ablaufdatum. Zweiter. Das stimmt aber nicht. Hallo. Das ist abgelaufen. Das muss ein Irrtum sein. Okay. Das interessiert mich herzlich wenig. Tschüss. So. Ich hab von einem Bombenanschlag gehört. Sie können froh sein, dass sie noch Arbeit haben. Ähm. Yay. Der hat so ein Knautschgesicht. Ich find den voll lustig. Ablaufdatum. Seems right. Chorista Stadt. Oh. Ich kann das gerade nicht. Chorista Stadt ist richtig. Ja, dann kannst du gehen. Ginger, lauf. Hä? Warum denn? Papiere bitte. Kollegien. Gültig am 27. Das ist erst übermorgen gültig. Was soll ich damit denn? Sie können heute nicht einreisen. Bitte lassen Sie mich durch. Also funktioniert das aber nicht, mein Freund. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ich mag das Spiel. Ja, ich auch. Ich komm gerade wieder richtig in den Flow rein. Das macht Spaß. Papiere. Wo ist denn das Scheißdokument? Achso, sie kommen aus Ost. Da hat es gerade noch eine Suche her. Äh. Ablaufdatum. Seems about right weiblich. Ähm. Aber. Ich brauch noch mal. Ost. Was ist denn Ost-Grastin? Was soll das denn sein? Griesden. Das heißt Grestin. Nicht Grastin. Davon weiß ich nichts. Ach, scheiße. Falsch gefakt. Will ich nicht. Will ich nicht. Kann ich nicht. Hier guck. Es heißt Grestin. Und da stand Grastin. Schön. Los geht's. Es lebe Astotzka. Tolles Land, wo gibt's. Ähm. My friend. Du hast irgendwie keine Dokumente. Hallo. Ähm. Wo ist ihr Pass? Sie brauchen einen Pass. Schon gut. Schon gut. Hab verstanden. Ich schau noch mal vorbei. Der geht einfach wieder. Georgie. Der gute Georgie, Leute. Den werden wir noch lieben lernen. Ja, das ist die Waifu einfach. Papiere bitte. Kulärchen. Da ist der Einreisebeleg. X seems about right. Das ist aber nett. So sehen sie nicht aus. Das Bild ist anders. Das ist ein altes Bild. Ich kann doch jetzt einfach ablehnen, oder? Wenn das Bild anders ist oder nicht. Obwohl, das ist aber nicht. Das ist nicht Aufgabe, oder? Kann ich einfach ablehnen? Ich lehne einfach ab. Steht das in meiner Aufgabe? Dürfte ich sie ablehnen? Egal. Das Bild war nicht richtig. So. Zum Kaido. Äh. Äh. Dein Einreisebeleg fehlt. Wo ist dein Einreisebeleg? Hab ich nicht. Ja, dann verpiss dich. Ich muss eine Familie füttern. Wir müssen schnell sein. Ach. So. Papiere bitte. Kulärchen. Einreisebeleg ist gültig. Ablaufdatum ist auch gültig. Okay. Ich glaube, ich schaffe das mit der Zeit eh nicht mehr. Joko statt. Sieht aber richtig aus. Kulärchen. Ist Kulärchen wirklich Joko statt? Joko statt. Ah. Seems about right. Ich verdecke leider mit meinem Gesicht doch ein bisschen zu viel. Ich bewege meinen... Jetzt ist die Zeit eh vorbei, also... Ich packe mich doch mal... ...ein bisschen weiter hier hin. Mich nervt das, dass ich so... Sonst könnt ihr nicht mitgucken. Ihr müsst die Infos ja sehen. Impo. Das hört sich an wie Imposter. Impo heißt das hier halt. So. Kulärchen. Das war schon richtig mit dem falschen Bild. Okay, okay. Das heißt, es muss aktuell sein. Joko statt. Aber ich glaube, das sieht sonst richtig aus. Joko statt. Kulärchen. Einreisevisum. Ja, dann geh. Tja. Bin fertig. Vielleicht heute. Es ist niemand gestorben. Das ist schon mal was Gutes. Man kann in dem Spiel Macht über arme, unschuldige Bürger ausüben. Die Hoffnung in einem anderen Land suchen. Natürlich gefällt das Jinder. Hä? Wuhu. Wuhu. Ja. Danke fürs Patpat. Dankeschön. Hä? Ich verstehe auch gar... Oh. Warum ist da so viel Rot? Medikamente? Frau? Sohn? Warum sind die alle krank? Kank? Mein armes Herz. Ich hab doch geheizt. Oh. Weil Essen? Ach komm. Weil du zwei Tage kein Essen hast, wirst du doch nicht krank, oder? Alter, ich hab elf Leute reingelassen? Wow. Wie schnell war ich denn? Damn. Oh, wisst ihr was? Die kriegen jetzt einmal kurz Essen und Nahrung. Das geht mir auf den Sack, dass die alle krank und hungrig sind. Ich habe nur zehn... Ich hab zehn Dollar nur übrig. Wie soll ich denn damit überleben? Oh. Wifu, Shihu, Dankeschön für neun Monate. Hallo. Wie geht's dir? Mir geht's nicht gut. Ich hab nur zehn Dollar. Ja. Du hast elf Leute bearbeitet und zwar nicht reingelassen. Ja, easy. Wenn die halt falsches Datum haben, dann geht's schnell. Oh, das Spiel macht Spaß. Ich geh hier richtig auf. Ich sollte auch... Nee. Bei mehreren tausend Einreisenden nur elf abfrühstücken. Ginger freut sich. Ja, wir hatten vorhin drei. Ah. Na gut, dann sleepen wir mal, ne? Eigene Familie macht nichts als Ärger. Ja, Mann. Auch mies, dass die Miete täglich abgezogen wird. Ja, ne? Tägliche Miete. Aber im Prinzip macht keinen Unterschied. Ob man jetzt alles auf einmal zahlt oder nicht. Naja, also passt schon. Schlafen. Wir müssen weitermachen, Leute. Wir müssen für Astotzka arbeiten, Leute. Für Astotzka! 26. November 1982, Schwarzmarkt erlebt ungekannte Blüte. Regierung sieht Schuld bei laxen Grenzkontrollen. Als hätte ich jetzt die Schuld, wenn ich das hier so lese. Ausbau des Grenzübergangs verschoben. Hm. Als hätten die alle so viel, so viel Stuff eingeschmuggelt. Ab sofort gelten strengere Vorschriften hinsichtlich der Vorlage von Ausweisdokumenten. Bürger von Astotzka haben ihren Ausweis vorzulegen. Ähm, Ausweis. Ausländer haben eine Einreisegenehmigung vorzulegen. Einreisebelege sind nicht mehr ausreichend. Oh, hat ja nicht lange gehalten, ne? Na ja, schon kacke. Da kommt die dritte Mahnung nach drei Tagen, nicht nach drei Monaten. Ja, okay. I guess. Genau, ob jetzt täglich 20 für Miet oder im Monat dann 600, kommt das gleiche aus. Genau das dachte ich auch gerade. So. Die Vorschriften wurden um ein neues Kapitel über Dokumentenmerkmale ergänzt. Gucken wir uns mal an. Dokumente. Offiziell anerkannte Dokumente. Ausweis in Länder. Okay, so sieht ein Ausweis aus. Von jemandem aus Astotzka. Oh, Distrikte. Verskilo Burnton Oktovalis Genestora Lendi Forma Wosenfeld Fadesto. Leute, ihr müsst euch merken, wie das geschrieben wird und wie das heißt. Wenn das falsch geschrieben im Pass steht, ist das ungültig. Es wird immer mehr Bürokratie, die man abfrühstücken und überprüfen muss. Ja. Und ich liebe es. Frag doch mal nach Ava. Pst, pst. Das ist ja jetzt nicht. Das ist ja außerhalb meiner Geschäftszeit hier, ne. Einreisegenehmigung sieht so aus. Wunderschön. Gültige Siegel. Nur so sehen gültige Siegel aus. Eigentum des MFG. Verbreitung unter schwerer Strafe verbunden. Okay, okay. Das heißt, Ausweis, Inländer, Distrikte. Steht das auch hier hin? Achso, die Distrikte stehen auch hier drin. Okay, nice to know. Okay, was sind unsere Vorschriften? Person muss Pass haben. Also, die müssen alle einen Pass haben. Aktuell sein. Inländer benötigen einen Ausweis. Ausländer eine Einreisegenehmigung. Boah, puh. Siegel muss drauf sein, yes. Game auf Steam, yes. Das gibt's auf Steam. Ich kann mich mal richtig nass machen. Okay, mach das, Horny Melanie. Ah. Boah, ne Donauwelle. Stereo, die könnte ich jetzt gebrauchen. Da hätte ich richtig Bock. Ich die Grenzerin. Ich, jemand muss ja hier zeigen, wo es weitergeht. Und wo es nicht mehr weitergeht. Ihr wisst, was ich meine. So. Alle Informationen sind eingehend, einhergehend zu studieren. Einreisewilligen mit diskrepanten Dokumenten ist die Einreise zu verweigern. Anhand des Audiotranskripts können sie die Aussagen der Einreisewilligen korrelieren. Yes. Deswegen meinte ich ja, wenn jemand was Falsches gesagt hat, was irgendwie nicht stimmt, kann ich so... Hallo? Was soll das denn? Wäre es böse zu erwähnen, dass ich zwei Stück Donauwelle heute hatte? Nee, ist okay. Ist okay. Ich mach mir nach dem Stream Tassenkuchen. Den baller ich mir rein. Das muss reichen. Die Grenzbergziege. Ey, weiß ich ja nicht. Okay, Leute. Lass mich nicht in die Sucht zurückfallen. Ich bin schon, Lini, ich bin schon wieder zurück in der Sucht. Okay. Are you ready? Warte, steht hier noch was Wichtiges? Nee. Okay. Okay. Ich hoffe, ich kann mir das merken. Person muss Pass haben. Dokumente müssen aktuell sein. Inländer benötigen einen Ausweis. Okay. Wir fangen an. Let's go! Nein, du. Hallo und bis dennchen. So. Kollegchen, Einreisebeleg. Das ist schon mal gut. Ich nutze den Transitverkehr. Dauer des Aufenthalts. Ich bleibe hier 14 Tage. Okay. Transit, 14 Tage. Einreise bis 12. Das stimmt doch jetzt schon wieder nicht, oder? Oh, nee. Ich bin einfach dumm. Ach so, bis 12. 12. Ach, das ist ja noch. Ich bin dumm. Äh, Luis. Quintana Luis heißt der Typ. Die Nummer stimmt auch überein. Einreise. Ich glaube, das Dings ist richtig. Ich glaube, das ist schon mal gut. It seems about it. Westkristin ist richtig. Datum ist richtig. Oh. Äh, Kollegchen, Westkristin. Okay, du kannst rein. Oh. Bisher hatten wir noch keinen falsch, ne? Ich hoffe, das bleibt so. Siegel ist auch richtig. Ja, ich habe gehofft. Papiere, bitte. Was ist der Zweck? Ihrer Reise? Besuch. Ja, das stimmt. Acht Wochen. Warum der Creeper-Sound? Alter, jag mich nicht so. So, das ist richtig. Der, die Nummer ist auch richtig. Merel Hagen ist richtig. Siegel seems about right. Weiblich, weiblich, Enkio, Impor. Impor, Enkio. Okay, kannst rein. Let's go. Nein, das Ablaufdatum war falsch. Was ist der Zweck Ihrer Reise? Was? Keine Ahnung. Zu Besuch. Dauert des Aufenthalts vielleicht ein paar Tage. Ja. Das ist aber nicht mehr gültig hier. Das ist nicht mehr gültig. Ich habe hier ein Visum. Lassen Sie mich durch. Nee. Das reicht nicht mehr. Holen Sie sich eine Genehmigung. Schwachsinn. Für das Visum habe ich gutes Geld bezahlt. Ja, ist aber halt nicht mehr gültig, mein Freund. So. Scheiße, Mann. Ich bin hier, um zu arbeiten. Arbeit ein ganzes Jahr. Das ist doch falsch, oder? Das Ding ist doch falsch, oder? Dokumente. Einreisegenehmigung. Nee, das ist richtig scheiße. Fuck, das ist richtig. Okay. Weiblich Dings. Marcie Lenit. Nummer seems about right. Sechster Elfter. Einreise bis sechsten Elften. Das Dokument ist abgelaufen. Ich konnte erst jetzt kommen. Ja, das juckt mich auch herzlich wenig. Tschüss. Oh, ich bin so langsam, oder? Das macht mir Angst. Hallo, was brauchen Sie denn? Hallo, was möchten Sie? Ich bin ja so froh, dass die Grenze jetzt auf ist. Ich möchte meinen Sohn besuchen. Seit sechs Jahren habe ich ihn nicht mehr gesehen. Sechs Monate möchte sie bleiben. Zu Besuch. Sechster Elfter. Einreise bis sechsten Elften. Das ist ja aber auch falsch. Verpissen Sie sich. Das ist abgelaufen. Mein Sohn wartet auf mich. Das juckt mich nicht. Fick deinen Sohn. Der Teufel soll nicht ruhen. Das war abgelaufen. Oh, okay. Das sollte jetzt ja easy sein. Gewicht. Ja, ja. Geboren. Ist auch richtig. Oha. Es tut mir leid, Leute. Germanowski Mat... Der Name ist nicht richtig. Das ist ein Tippfehler. Namen sind unterschiedlich. Hab meinen Namen neulich geändert. Äh. Upsi. Ich kann jetzt Fingerabdrücke nehmen. Ähm. Ähm. Oh. Ähm. Matteo Germanowski. Sieht richtig aus, oder? Sorry. Ich hab dich... Ich kann drüber stempeln. Okay. Ähm. Kommen Sie rein. Nein. Der ist gegangen. Kein Alias bekannt. Ach so. Also ging es trotzdem nicht. Also ging es darum, dass... Der andere Name hätte... Okay. Ich verstehe. Ich bleibe einige Tage. So. Es war richtig anscheinend. Es war richtig. I guess. Did ihr... Ähm. Okay. Okay. Warte. Hat sie gerade gesagt. Transit. 21.12. Okay. Das seems right. Das stimmt auch nicht. Viktoria Ribero. Ribero. Das stimmt auch nicht. Was ist das denn? Die Namen sind unterschiedlich. Ich hab meinen Namen geändert. Geben Sie mir den Fingerabdruck. Ähm. Ja, dann kann ich ja jetzt arresten, oder? Weg mit dir! Weniger aggressiv ist Backseat. Leute, eigentlich ist es okay. Ihr dürft ruhig Backseat-Game. Ich gucke eh nicht in den Chat, während ich mich konzentriere. Also Tag auch. Jetzt habe ich einen Pass. Was Todskas immer noch beste Land wo gibt. Georgie! Georgie, nein! Cobrastan ist kein real existierender Staat. Verstehe, verstehe. Du magst meinen Pass nicht. Verstehe schon. Ich schaue später nochmal mit einem besseren vorbei. Nein, Georgie! Papiere. So, mutale Katwamba. Astotzka. Ablaufdaten. 13.9. Okay, glaube ich richtig. Okay, komm rein, mein Freund. Es lebe Astotzka. Hier bist du willkommen. Es... Oh. Ungültige Größe. Darauf muss ich auch schon achten. So eine Scheiße. Ich will hier arbeiten. 30 Tage. Einen Monat. Ach, jetzt kann ich mir eh Zeit lassen. Fuck! Ich wusste nicht, dass ich auf die Größe auch schon achten muss. Oh. Noah Kapsalis. Aber ich habe letzte Verwarnung. Kein Bußgeld. Ich habe zwei Verwarnungen gekriegt. Oh nein. Ich bin etwas überfordert. Nee, nee, nee. Das geht voll. Hallo, was geht bei euch? Hallo, was geht bei euch? Wir schieben Leute ab. Achso, da lassen sie rein, ne? Chorista-Stadt. Chorista-Stadt. Da muss ich kurz gucken. Wo ist denn Chorista-Stadt? Chorista-Stadt. Chorista-Stadt. Das sieht richtig aus. Okay, ich glaube, Kapsalis, Noah. Noah Kapsalis. Okay, ganz rein. Wo ist die Größe? Die Größe steht nur auf dem Pass. Nee, auf dem Dings drauf. Bei Leuten, die innerstotzka sind. Okay, jetzt sind aber alle... Okay, sie sind alle noch ein bisschen hungrig. Ich kann mir Nahrung auch nicht leisten. Aber die sind zumindest nicht mal krank. Warte was, meine Miete hat sich erhöht? Why the fuck? Was soll das denn? Meine Miete hat sich erhöht. Inflation. Nee. Fühle ich nicht so. Viel's Berlin, Mann. Viel's Berlin, Mann. Einfach. Oh, damn. Habe ich eigentlich mich bedankt bei Freeze? Ryuzuna. Danke für 46 Monate auf Tier 2. Dankeschön. Und Cyber Dragon. Dankeschön. Für 17 Monate. Und Rukami. Danke für 9 Monate. Hallo. Ja, mein Twitch-Baby. Yeah. Wie nennst du es? Wie nennst du es? Oh, shit. Rudi, Wohnung enteignen. Bodi. Gehalt. Ich habe nur 8 Leute geschafft. Und ich habe 2 Fehler gemacht. Größe. Nein. Ich hoffe, der Schwierigkeitsgrad bleibt so. Fürs nächste Mal. Tu mal was für dein Geld. Ich mag die Musik von Papers. Please. Ja. Die ist richtig bedrohlich. Ist richtig schrecklich. Aber so ein Orvum auch. Dumm. 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 Kemris. Dankeschön. Für 6 Monate. Dankeschön. Leute, danke, dass ihr alle da seid. Dabei ist das wirklich nur das Ersatzprogramm für Pokémon. Aber ich liebe es. Garantissimo. Hallo. Wie kam es zum Kategoriewechsel? Mein Elgato hat nicht funktioniert. Da haben wir spontan uns umentschieden. Ich habe einfach Bock auf das Spiel. Okay, Leute. Wir machen den nächsten Tag, ja? Ich bin euer Pokémon? Das weiß ich nicht so. Weiß ich nicht. Oh. Eine Stunde rum, Sip. Schlucken, Leute. Eine Stunde rum. Ah. Nächster Tag muss perfekt laufen. Ich brauche Geld. Ich habe, seitdem ich hier arbeite, weniger Geld als vorher. Ich hatte vorher 30. Ich hatte nicht 30 Dicks, ja? Bevor hier jetzt irgendwelche Dinge aufkommt. Nein. Ich habe, ähm... The Secret Lama. Dankeschön. Ähm. Hm. Okay, wir schlafen mal. Oh mein Gott. Hallo. 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 Mau. Hallo. Hallo. Mau. Mau. Hallo. Danke für deinen Raid. Leute, ich habe eine Collab mit Mau. Ich glaube, nächste Woche Donnerstag, wenn ich mich nicht irre. Mit Golfit. Da wird bestimmt wieder viel geschrien. Entschuldigung. Ah. Ich wollte das Opfer für nächsten Donnerstag sehen. Ah. Yes. Yes. Dankeschön. Danke für deinen Raid. Hallo. Was habt ihr Schönes gemacht? Wir sind in Astotzka. Ich bin Grenzbeauftragter. Und, ähm... Ich darf Menschen abschieben. Und das finde ich toll. Hm. 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 Selviga. Dankeschön für 57 Monate. Hallo. Darf ich denn einreisen? Weiß ich nicht. Oh. Wuhu. Ja. Hm. Danke fürs Patpats. Und Leute, mein Patpats funktioniert wieder. Hanami Boxus Japan probiert. Oh. Dieses Boxu, wo... Ähm... So viele... Äh... YouTuber Werbung für machen. Also hier Seadog und... Die Bubble und so. Ja. Papers, please. Ist so toll. Oh, Camille. Danke für dein Zappern, Mau. So, Leute. Wir spielen mal weiter, wenn das okay ist. Ich bin dann... Ich muss mich leider deswegen ein bisschen... Konzentrieren. Aber wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Hm. So, Republischer Starläufer wegen Mordes gesucht. Oh. Vince Lestrade. Hatte ich nicht in Lestrade reingelassen? Spurlos verschwunden. Wahrscheinlich in Republiken. Oder? Vielleicht irre ich mich auch. Freunde aus rasender Eifersucht getötet. Oh. Oh. Hier läuft ein... Vince Lestrade. Name merken. Vince Lestrade. Ja, sind ab sofort autorisiert, verdächtige Individuen unter Arreste stellen. Ja, ich kann Leute festnehmen. Po-po-po-Polizei. Da kommt die Polizei. Ich wollte gerade fragen, warum du bei Golf rumschreist. Dann habe ich wieder in den Kopf gerufen, wie Golf so abläuft. Ja. Arrest! 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 Verhören Sie Einreisewillige hinsichtlich Diskrepanzen, um sie unter Arrest stellen zu können. Oh yeah. Vince Lestrade. Ich lasse das mal hier oben. Was? Kneid. Dankeschön, Kneid. Für acht Monate. Diese passt besser als alte. Hast du das ja beste Land? Wo gibt's... Holiday, dankeschön für neun Monate. Wir gucken mal, ob Georgie nochmal kommt. Ob Georgie nochmal kommt, der Gute. So, die Bestimmungen sind aber dieselben. Die Bestimmungen. Also sollten wir hinkriegen. Oh Gott, oh Gott. Magic Drink Mix. Dankeschön für 13 Monate. Dankeschön, dankeschön. Dankeschön. Lass mich rein. Ich muss schon das Stream gucken. Ich weiß nicht. Hast du denn... Hast du denn die richtigen Papiere? Hm, hm, hm. Ich finde, das Oberteil sieht immer noch aus wie eine Eile. Warum? Warum musstest du das aufbringen? Warum jetzt? Wieso? Ich komm rein und seh Peppers, please. Gutes Spiel. Oh ja. Ich hatte richtig Bock wieder drauf. So, wir machen mal hoch. Wir öffnen die Fortnite. Are you ready, guys? Konzentration. Ich muss meine Familie annähern. Mein Onkel war krank. Der braucht mich. Okay. Rein da. I'm not ready. Ich ehrlich gesagt auch nicht. So. Hallo, hallo. Papiere bitte. Antegri in Zweck. Arbeit. Aufenthalt. Ein Monat. Okay, Arbeit, Aufenthalt. Richtig. Die Nummer stimmt nicht. Hallo. Die Nummer stimmt nicht. Schauen Sie nochmal genau hin. Verpiss dich. Arrest nicht. Verhaften bitte. Lesen Sie einfach meinen Abpass ab und ich gehe wieder. Nein. Arrest, Leute. Tschüss. Gefälscht hast du das? Du bist jetzt festgenommen. Verhaften mit dir. Raus. Ich dachte, die erschießen sie jetzt. Hallo. Bitte Ihre Papiere. Hallo, hallo, hallo. Oh, Pristan. Oh. Besuch. Okay. Drei Monate, 90 Tage. Seems about right. So, das sieht gut aus. Die Nummer sieht gut aus. Erik Jensen. Dings ist auch richtig. So, männlich. Männlich, lorndas. Ich habe keine Ahnung. Ähm. Obristan, lorndas. Lorndas ist richtig. Äh. Oh mein Gott. Alter. Oh, hat mich das erschrocken. Äh. 29. 10. Scheiße. Das ist abgelaufen. Wovon reden sie da? Kann ich dich auch festnehmen? Nee. Okay, aber geh. Tschüss. Hallo. Muss man nicht nur Schmuggler verhaften? Nee, Leute, die auch Dinge fälschen, werden auch... Achso, Schmuggler. Nee. Was hat die andere gerade gemacht? Ich bleibe noch 14 Tage. Warte, warte. Transit. 26.12. Das ist richtig. Wins. Wins? Lestrade? Ähm. Hallo? Sind sie Wins? Lestrade? Mist. Hören sie, ich hab sie nicht ermordet. Die haben mich reingelegt. Arrest, lass mich durch. Glauben sie nicht, diese Lü... Arrest, du bist ein Mörder. Was soll das? Scheiße. Du bist ein fricking Mörder. So, okay, rein da. Was? Das geht gar nicht. Ich will nach Astotzka einwandern, unbegrenzt. 15.12. Nathaniel Kree... Der Name stimmt nicht. Ähm, will bitte... Hab ich neulich geändert, okay? Geben sie mal ihren Fingerabdruck. Geben sie den... Der ist echt geändert. Ja, okay. Ja, dann darfst du. So, scheint dann richtig. Äh, 30. Männlich. Äh... Steht hier auch, dass... Wann der geboren ist? Die Nummer? Ne, dann kannst du rein. Oder Impor Enkyo. Impor Enkyo war, glaub ich, richtig. Kannst rein. Meine Güte, können ja nicht alle... Können ja nicht alle wegschicken, ne? Mörder, Mörder, Mörder. Okay, die können wir gebrauchen. Ich bin nicht freiwillig hier. Ich hasse das Scheißland. Ich bin nur auf Durchreise. 10.12. Da, zwei Tage. Durchreise. Saza Parvak. Great Rapid. Great Rapid klingt richtig. Ablaufdatum. Okay, kannst rein. Uff. Wie, was? Uff. Ja, sorry. So, Papier bitte. Irgendwie sieht der lustig aus. Sieht aus, als hätte er keinen Hals. So, Astor. Was ist denn Karadis, na? Das ist doch 100 pro falsch. Kannst du mir noch nicht sagen? Ach, der meint Paradis, na? Was ist denn Karadis, na? Ja, die Stadt ist falsch. Verstehe ich nicht. Arrest! Gefälscht ist das! Warum muss ich eigentlich den festnehmen und den anderen nicht? Ne, egal. Weg mit dem! Hallo, Papiere bitte. Ihnen fehlen Dokumente. Was soll denn das? Brauche ich sowas? Ja, brauchst du. Tschüss. Okay, dem fehlt halt einfach nur was. Oder wenn es abgelaufen ist, ist es wahrscheinlich auch nicht schön. Warum jetzt der Pupsound? Was habe ich getan? Hallo? Übrigens, Vince Lestrade ist ja schon festgenommen, ne? Den brauche ich gar nicht mehr. Antegrien. Schönen Tag, mein Freund. Endlich sind wir der Tyrannei in Antegrien entkommen. Ist das so? Wuhu! Wuhu! Dankeschön, Papa! Ja! Dankeschön. Einwanderung unbegrenzt. Vostok, Pyotr. Pyotr. Männlich. Ablaufdaten. Sand Marmero. Stimmt bestimmt. Antegrien. Sand Marmero. Stimmt. Okay, scheint richtig. Wollt den Pups ertönen lassen, wenn ich auf den Laut spreche? Bitte seien Sie nett zu meiner Frau, sie kommt direkt nach mir. Oh nein, bitte sag mir doch sowas nicht. Seine Frau kommt danach. Oh nee. Haben Sie meinen Mann gesehen? Er ist durchgekommen, oder? Ähm. Aber ich brauche... Ich brauche eine Einreisegenehmigung. Oh nein. Bitte, ich flehe Sie an. Die haben mir keine gegeben. Ich hatte keine Wahl. Die bringen mich um, wenn ich nach Antegrien zurückgehe. Tja, nicht mein Problem. Tschüss. Warum? Sie haben mein Schicksal besiegelt. Das ist nicht mein Problem. Geh einfach... Ich möchte Freunde besuchen. Okay, okay. Ähm. 60 Tage. Ja. Warte mal, stimmt das? 60... Ja, doch, stimmt. Knallhart, böse. Ja, was denn? Stimmte halt nicht. Inkyo. Aua, warum werde ich jetzt gebongt? Helga Tilovna. Impor. Okay, seems about right. Mich macht die Zeit, dass die abläuft gerade. WSB-Gerät wurde erkannt? What the fuck? Okay, ich glaube, du kannst rein. Ich hoffe, ich habe keinen Fehler gemacht jetzt. Ginger komplett herzlos kalt. Äh. Was denn? Arbeit. 14 Tage. So, 21.12. Da. Äh. Micha. Selimova. Seems about right. Ich habe genug Zeit. Zeit ist abgelaufen. Kann das werke lieben? Hey, aber sie hat halt die Papiere nicht. Was soll ich denn machen? Ich muss meine Familie ernähren. Hä? Äh. Ich denke. Was? Die werden wissen, warum sie verurteilt wurde. Schleim, ich glaube nicht, dass sie verurteilt wurde. Das ist wahrscheinlich ein Flüchtling, weil es, ja, weil, keine Ahnung. Okay, ja, man kann aus verschiedensten Gründen flüchten. Das kann natürlich sein, aber ich nehme mal an, dass einfach, ähm, ja, dass man da verfolgt wird und stuff. So, ähm. Ähm. Beatdown. Dankeschön. Für 27 Monate. Dankeschön. 21.12. Falsche Dauer. 21.12. Das ist aber richtig. Sind Sie da dauerfalsch? Ah. Ich bleib nur 14 Tage. Ah. Da, genau da, hab ich grad nicht zugehört. Dankeschön. Natürlich, ich bleib hier 30 Tage. Okay. Aber sonst scheint's eigentlich richtig. Obustan kann noch mal kurz gucken, ob Lorne das richtig ist, aber klingt, denke ich, gut. Lorne, das ist richtig. Kann Micha auch ein Frauenname sein? Okay. Okay, ist aber. Okay, er passt, I guess. Geh rein. Oh, der Clip wär ein guter Short. Stimmt. Ich glaub, das mach ich. Das ist gut. Jo, 748 Zuschauer. Ich würd mir in die Hose machen, wenn ich du wär. Also, I mean, ich freu mich, dass ihr hier alle hier seid und so viel Spaß habt, weil ich hab auch sehr viel Spaß. Oh my freaking God. Ich bin einfach am Rande der Verzweiflung. Was ist das? Blood Rampage. Danke für 100 Bitties. Dankeschön. Nee, freut mich. Sind einfach alle krank. Nein! Und der Onkel ist hungrig. Mann! Sind alle krank und hungrig. Das gibt es. Das gibt es nicht. Leben am Limit ist halt wirklich so. Ich kann meine Kabine nicht verbessern. Ich hab kein Geld. Ich kann nicht mal Medikamente für meine Frau. Ganz ehrlich. Meine Schwiegermutter braucht doch keine Medikamente, oder? Dann kann ich die Kabine verbessern. Die Schwiegermutter kann aber ohne Metz. Ah! Au! Oh, Potato Prime. Dankeschön für fünf Subbies. Dankeschön. Was bringt die verbesserte Kabine? Ich glaube, irgendwelche Dinge gehen damit einfacher halt. Man kriegt, glaube ich, irgendwelche Tools, mit denen man Dinge weniger übersieht, oder sowas. Hm. Das Aus von Papers, Please, ist ein Banger-Theme. Yes. Ah, was ich sagen wollte. Ich bin ja hauptberuflich Streamer. Und ich hab öfter mal 700 Zuschauer. Es ist für mich nicht selbstverständlich, so viele Zuschauer unbedingt zu haben. Ich freu mich auch extrem. Aber es ist nicht das erste Mal und man gewöhnt sich dran. So, das wollte ich damit sagen. Ähm. Wenn es bei mir so in die tausender Zuschauerzahlen geht, dann finde ich es immer gruselig. Das ist, das macht mir mal ein bisschen Angst. Haha. Aber jetzt grad geht noch. Ich krieg ne Gun mit der Kabine. Geil, ich kann Leute erschießen. Das. Leute. Leute erschießen ist schon ein bisschen wichtiger. Als Medikamente für die Sch... Ne, wir, 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 Schwiegermutter muss... Wir müssen uns nicht um die Schwiegermutter kümmern. Das ist wichtig. Ah. Oh mein Gott. Ich annexe hier, Will Bees. Danke für zwei Subbies. Leute, danke schön. Voll das Subbies, Mann. Ein großer Subbe. Giga Subbe. Dankeschön. Magister, danke für dein Re-Sub. Dankeschön für drei... Für dein Tier 3 Re-Sub. 39 Monate. Dankeschön. Hahaha. Dankeschön. Und Potato Prime. Nochmal vielen lieben Dank für fünf Subbies. Dadurch, dass ich krank war, bin ich... Habe ich, äh... Ja, einnahmentechnisch natürlich ein bisschen Einbuße gemacht. Weil ich zwei Wochen nicht da war in diesem Monat. Deswegen bedanke ich mich sehr. Dankeschön. Auch, dass ihr alle da seid. Das auch. Dragoons Live. Dankeschön. Für acht Monate auf den... Verländ dir zwei Sub. Dankeschön. Dankeschön. So. Ich brauche mal ein bisschen mehr Wasser. Und dann geht's weiter. Leider können wir uns die Kabine nicht leisten. Das finde ich ein bisschen doof. Ja! Danke fürs Papat. Dankeschön. Ja, Mikumo. Danke für sechs Monate. Danke für dein Re-Sub. Dankeschön. Kommen bald auch neue Songs auf Spotify von dir. Ich kann das leider nie richtig versprechen. Weil wenn, ähm... Der Urheber der Musik halt sagt, ja nee, ich verkaufe dir keine Lizenz. Dann kann ich auch nichts auf Spotify bringen. Leider. Ähm... Aber es wird dran gearbeitet. Ja. Ja. Es wird dran gearbeitet. Die Knarre könnte auch mit der Schwiegermutter helfen. Das hat jetzt Chat gesagt, nicht ich. Ähm... Palamos, dankeschön für sieben Monate. Dankeschön. 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 Ich verkaufe dir gerne Lizenzen. Von japanischen Musikern. Und Labels. Hatte ich mal auf dem Weg zur Arbeit. Oh, dankeschön. Okay, gerade sitzen soll ich auch noch. Okay, gerade sitzen. Was passiert denn jetzt? Was? Oh mein Gott. Danke für fünf Subbies. Dankeschön. 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 Ignoriert das Fixen. Das war peinlich. Dankeschön. Ehren-Dragoon. Yes. Dankeschön. Okay, Leute. Wir gehen schlafen. Wir scheißen auf die Kabine. Das ist die Kronlama. Danke für 500 Bits. Dankeschön. 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 Vielleicht kostet eine bessere Kabine mehr. Nee, die kostet mich einmalig was fürs Upgrade. Aber ich zahle ja keine Miete für meine Arbeit. Ich zahle eine Miete fürs Leben. Also fürs dort Leben eher. Noch nicht. Oh mein Gott. Bitte sag sowas nicht. Ich will keine Miete für meine Arbeit bezahlen. Okay, Leute. Hört sich, haben wir meine Voice Cracks. Mein Hixen. Hix. So. Vince Lestrade in Grästin verhaftet. Ja. Starläufer wahrscheinlich Täter. Immer weniger Arbeitsplätze. Einwanderer nehmen Einheimischen die Arbeit weg. Die klauen uns unsere Jobs. Die klauen uns unsere Jobs. Okay. Gut, Magic Drink Mix, dass du auch daran gedacht hast. Die klauen uns unsere Jobs. So. Das Ministerium für Arbeit hat ein Sonderprogramm zur Kontrolle der Werktätigkeit von Immigranten aufgelegt. Personen, die zwecks Aufnahme einer Werktätigkeit einreisen wollen, haben einen gültigen Arbeitsausweis vorzulegen. Okay. Also wenn sie hier arbeiten wollen, brauchen sie auch noch einen Arbeitsausweis. Vielleicht sollte ich keine Fragen stellen, weil es lebe. Stotzka, Stotzka ist super. Aber macht das so Sinn, es Leuten, die wegen Arbeit einreisen, zu erschweren, Arbeit hier zu bekommen? Weil sonst hast du doch einfach ganz viele Leute hier, die hier wohnen, aber nicht arbeiten können. Wenn ihr wisst, was ich meine. Naja. Die klauen uns unsere Jobs! Äh. Gut, 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 gut. Ja, dann brauche ich das hier aber jetzt nicht mehr. Also einfach nur, wenn jemand Werktätigkeit macht, brauche ich noch ein zusätzliches Ding. Ist okay. Jetzt, wo du es sagst, das ist gar nicht mal so smart. Naja, ich denke, das kann man vielleicht nicht so einfach betrachten, aber auf den ersten Blick, das ist das, was ich mir jetzt gerade dachte. Also das, die, es gibt immer mehrere Seiten, die man da betrachten muss. Ähm. Aber ja. Okay. Rein da. Rein da! Astotzka weiß, was sie tun. Astotzka, ähm, es lebe Astotzka. Die wissen, die machen, die wissen immer, was sie tun. Die haben, die machen alles richtig. Hm. So, Person muss einen Pass haben. Arbeiter benötigen, Arbeiterausweis. Okay, let's go! Es geht los, Leute! Ich bin nicht bereit, aber es geht los. Hallo, Papiere bitte. Arbeitsausweis. Ah, Fischerei. Arbeit. M-m. Dauer des Aufenthalts. Ich bleibe ein Jahr. Oh, das ist so viel. Arbeitsausweis bis ersten Erasmus. Erasmus Knud... Knudzenski? Wie heißt du denn? Okay. Oh nein, ich hab mir nicht angeguckt, ob das Logo richtig ist. Okay, darauf achten wir jetzt mal nicht. Wir haben keine Zeit dafür. Ähm, so. Ist das richtig? 23.12. Ist das richtig? Arbeit. Ein Jahr. Erasmus Knudzenski? Ähm, Erasmus. Erasmus. War das auch Erasmus? Erasmus. So, Chorista-Stadt. Erinnere ich mich, dass das richtig ist. So, you're right. Wir können jetzt gehen. Ich hoffe, dass das... Ähm, Wappen... Wie heißt denn das? Warum sagt ihr alle Erasmus? Ich will hier arbeiten. Oh, könnt ihr bitte nicht alle hier arbeiten? Das ist zu viel. Oh, hier. Nein! Das ist wieder so eine! Ja, okay. Ich snack sie mir weg. Ist okay. Ähm... Ablaufdatum. Ablaufdatum. 20. Warte, was hat sie gesagt? Ein halbes Jahr ist richtig. Äh... Laura... Fedoruk. Arbeit. Seems about right. Sie hat jetzt die Haare ein bisschen länger. Weiblich. Obristan Mergeros. Was ist der lila Ausweis? Das ist der Arbeiter... Die Arbeitergenehmigung, von der ich gerade gesprochen habe. Bitte helfen Sie mir. Was? Äh, warum ist denn jetzt... Oh mein Gott, der Herzschlag. Was passiert Ihnen jetzt? Ein Mann namens Dari Ludum hat mir und meiner Schwester Arbeit in der Stotzka versprochen. Ich fürchte, er nimmt mir den Pass weg und zwingt mich auf den Strich zu gehen. Er ist heute in der Schlange. Bitte tun Sie etwas. Oh mein Gott. Wie heißt der? Dari Ludum. Okay, ich merke es mir mal. Dari Ludum. Äh, so was bist du? Astotzka. 85, das kann ich jetzt nicht überprüfen, aber... 4. Bist du groß genug? Ablauf-Datum. Koro-Aka. Warte mal. Ist das Bild dasselbe? Nein. Oh mein Gott, die Donation. Dankeschön. Das ist ein altes Bild. WTF? So nur ein kleiner Summ. Hab zu viel Merz gekauft. Netztes Geld kriegste Sonntag. Nein! Zaun! Nein, Zaun, hör doch auf. Du musst doch gar nicht. Du musst doch gar nicht. Das ist, ähm... Tut mir leid, aber das bist nicht du. Arrest! Das bist nicht du! Oh! Weg mit dir, du Hund! Weg mit dir! Meine Güte! Ja, da fehlen Papiere. Das sehe ich ja jetzt schon. Äh, Inländer benötigen einen... Hier, du brauchst einen Pass. Wir haben mir den Pass weggenommen. Nur für abgelehnte Einreisewillige. Ja dann, tschüss. Auf der Kabinenrandrückwand kannst du die Größe sehen. Ich hab's gesehen, aber ich war mir trotzdem nicht sicher. Alter Georgie! Da bin ich wieder. Diesmal passt alles. Aha, weil Pass, ne? Okay. Person muss Pass haben, aber... Du brauchst doch jetzt auch noch... Ähm... Einreisegenehmigung. Och, Georgie! Ach man, du bist ein echter Scherzkeks! Georgie! Mann, mein lieber Scholli, ihr meint es aber wirklich ernst hier an der Grenze? Ach, ist auch gut so, dass du deine Arbeit so gut machst. Ich hol mir mal so ein Einreise-Ding und komm dann wieder. Georgie! Die neuen Emotes sind cool, das freut mich. So, er kommt für Arbeit. Okay, erstmal gucken. Xaba... Warte, erstmal das Biss. Ja, das ist richtig, Luftverkehr. Xaba... Dara... Daradix. So, dann die Nummer... Seems right. Xaba... Daradix. Hm. Ha, Dix! Hat er gesagt. Ein, ja. 22.12. Ist richtig. Obristan. Männlich. Ja, okay, kann sein. Och, Georgie! Ja, das dachte ich mir auch gerade. Och, Georgie. Warte mal, welcher war denn das? Dari Ludum war das nicht, ne? Jetzt kommt der Typ, ist doch klar. Und... Oh, der schickt mir auch das Ding für den Strich. Kann ich das Spiel pausieren? Ich hoffe, ihr wisst, dass ich die Frau von dem Mann, dass es echt schwierig ist, dass es echt für mich schwierig war, sie abzulehnen. Das hat mir echt das Herz gebrochen, innerlich. Weg mit dem. Aber ich kann ihn nicht ab, also ich... Ich kann ja nicht nur aus meiner eigenen Überzeugung heraus sagen, hey, das ist ein Typ, der springt, der zwingt Frauen auf den Strich zu gehen. Da steht Nacktheit. Ja, sollte ich anmachen, ne? Oder... Oder was meint ihr? Nacktheit? Ja, später musst du die untersuchen und, ähm... Da sollte ich lieber nicht die Nacktheit anmachen. Aber gut, dass ihr auch nochmal gesagt habt. Ich kann ihn mit der Markierung zur Rede stellen. Oh, wenn ich ihm... Nein, wenn ich ihm das zeige! Ich untersuche ihn ganz neu, ich lasse ihn rein. Also, wenn es stimmt. 81. Das stimmt aber nicht. Oh nein, Geburtsdatum hat mich verguckt. Fuck! Gott damn. Ludum Dari. Ostkrestin. Seems about right. I'm so freaking sorry. Ich kann ihn nicht arresten! Er hat ja nichts gemacht. Oh, ich möchte Freunde besuchen. Zwei Wochen. Aber du willst gar nicht Freunde besuchen. Hä? Aber sie hat gesagt, sie will für Arbeit hierher. Ist jetzt nicht verplappert. Oder so? Ich bin hier, um zu arbeiten. Warum hat sie sich versprochen? Was für ein dummer Versprecher! Was? Emily Mendoza? 13.12. Ist das ein Textlog? Ja, ich habe es jetzt auch gemerkt. Emily Mendoza. Achso! Das muss übereinstimmen, die beiden. Einreise ist ja richtig. Einreise bis 13.12. Ist richtig. Aber bis 1.3. Oh, hä? Das ist aber auch richtig. Die Dauerprüfung. Ach, weil das auch nicht stimmt. Das meintest du? Okay. Nee. Ja, aber das stimmt doch auch. Okay, ich sollte nicht so viel Text, äh, so viel Dings lesen. Aber die Zeit ist eh vorbei. Deswegen ist es okay. Doch, 12 Wochen sind 3 Monate. Warte, ich war gerade so irritiert, was ihr meintet. Okay. Nee, dann passt das. Westkristin. So, die Nummer. 3 Monate Arbeit. Seems about right. Kollegien. Ja, ganz rein. Das Bild. Ich sollte nicht so viel Chat lesen. Nee, da war nichts. Man sieht, also man sieht schon offensichtlich, wenn das nicht stimmt. Papiere bitte. Zweckjahr bei Arbeit. Dauer des Aufenthalts. Ich bleib hier 8 Wochen. 12.12. Abby, Lüke. Nummer ist richtig. Arbeit. 2 Monate. Bis. Warte, war die Nummer auch richtig? Ja, bis. Okay. Yoko statt weiblich. Ablaufdatum. Okay. Nächste. Papiere bitte. Zweck ihrer Reise. Durchreise. Zwei Tage. Zwei Tage. Okay. 19.12. Das ist richtig. Gompel. Ist richtig. Samitri. Elino. Für Kollegien? Nein, aber die darf nicht rein. Schrimova Samitri darf nicht rein. Der Stimmname stimmte nicht. Oh mein Gott. Oh Gott, da hat sich einfach jemand in die Luft gesprengt. Oh Gott, da hat sich einfach jemand in die Luft gesprengt. Aua. Wow, Ginger, du hast die einfach ausgesperrt. Ich habe gar nichts gemacht. Da hat sich jemand in die Luft gesprengt. Oh, wieder ein technischer Defekt-Tag beendet. Oh Mann. Also, Volli. Volli, Volli, Volli. Hallo, du. Danke für 28 Monate. Danke für deinen Re-Sub. Dankeschön. Hey, du. Oh mein Gott. Ähm, 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 ähm. Ähm, ähm, ähm. Erstmal noch von vorhin. Dankeschön, Zaun. Nochmal, ne? Du musst mir gar nichts da lassen, okay? Alles gut. No. Leertaste für den Prüfmodus. Ach, das macht die Kabine verbessern. Oh, das stimmt. Das ist schon angenehmer. Mit der Leertaste. So, ich habe null Ersparnisse gehabt, was ja gut war. Acht Leute habe ich geschafft. Kabine verbessern. Ich muss die Heizung nehmen. Ich. Die sind halt alle hungrig. Die werden auch wieder krank. Nur mein Sohn ist okay. Die sind alle hungrig sonst. Oh, scheiße. Ich mache das gerne für den Kloteppich aus Arschhaaren. Ähm, ja, ähm. Ja, ich weiß ja nicht. Was ist das für ein Spiel? Das ist ein großartiges Spiel. Das ist wirklich absolut spitze. Mit verbesserter Kabine kannst du schneller die nächste machen. Wenn das, äh, der Leertaste-Hotkey ist, es geht. Nicht so viel schneller. Würdest du mich durchlassen bei einer Kontrolle? Ja, kommt drauf an, ne? Wenn du die richtigen Papiere hast. Hm, na dann vielleicht. Aber ich habe einfach Angst, dass, ähm... Ja, wenn ihr möchtet, mache ich das mal. Ich weiß nämlich gerade noch nicht, ob das die Leertaste war oder noch nicht. Achso, doch, hier steht es. Leertaste für Prüfmodus. Ja, weiß ich nicht. Ginger, wenn sie nach Hause kommt, Essen gibt es. Hm, na, die Tage wieder. Papa muss bequemer arbeiten. Nee, mache ich nicht. Es gibt, es gibt ja trotzdem kein Essen. Also, ich kann es mir trotzdem nicht leisten. Also, nehmen wir Heizung und Gutes. Ja, Mann! Club-Tänzerinnen-Gresten-Tod aufgefunden. I'm gonna cry! Sie ist gestorben! Aua! Oh mein Gott! Dragoon's Life, hast du auf Tier 3 hochgestuft? Dankeschön! Dankeschön für acht Monate! Danke! Aber auch für dein Tier 3, Reesup! Dankeschön! Oh! Hoffentlich hat das nichts mit dem Typen zu tun, den wir durchgelassen haben. Doch, hat es wahrscheinlich. Hat es. Die ist einfach tot jetzt. Aber sie hatte die richtigen Papiere, ne? Das war doch gut. Ich frage mich, woher die Pudding-Animation kommt. Na, von diesem Puddy-Puddy! Puddy-Puddy! Ich weiß nicht mehr, was sie da sagt, aber irgendwie so. Ich mit ein Upgrade verpasst, damit du bequemer arbeiten kannst. Yin-Yah-Low-Yin-Yah-Bad. Nee, halt's auf. Ich mit ein Upgrade verpasst, damit du bequemer arbeiten kannst. Yin-Yah-Low-Yin-Yah-Bad. Oh, ähm. Ja, Mau kennt das! Ja! Ich, ähm... Dragoons Life, dankeschön, Mann. Dankeschön. Echt allgemein, dass ihr alle hier seid und mich so supportet. Das freut mich mega. Ah. Okay. Weiter geht's. Ja gut, der Typ, der sich in die Luft gesprengt hat, das ist ja alltäglich mittlerweile. Das ist okay. Hm. Um die Abfertigung zu beschleunigen, wurde ein Suchscanner-System in ihrer Kabine installiert. Kollegische Extremisten stehen im Verdacht, für den Bombenanschlag vom gestrigen Tage verantwortlich zu sein. Also lassen wir alle von Kollegien nicht mehr rein. Okay, nee. Ich dachte schon, durchsuchen sie alle Kollegien, bevor sie deren Einreise genehmigen. Damn, that's racist. Ich meinte, absolut tolle Idee, Astotzka. Ihr habt die besten Ideen. Wirklich toll. Mmh, mmh, großartig. Gleichen sie entdeckte Waffen und Schmugglergut mit den Vorschriften ab. Okay. Wirklich, wirklich toll. Keine Waffen oder Schmugglergut. Alle Kollegien werden durchsucht. Okay. Kollegien werden durchsucht. Mmh, mmh. Oh, stimmt, worauf wir auch achten sollten. Wir sehen hier unten, weil die Leute auf einer Waage stehen, wie schwer die sind. Und im Pass steht ja meistens, wie schwer die sind. Und wenn die schwerer sind, haben sie entweder zugenommen oder sie schmuggeln was. Da müssen wir auch drauf achten. Keine Waffeln. Äh, was? Nicht Waffeln. Oh, damn. Habe ich da Schmuggler? Ah, Rest. Okay, rein da. Nächster. Hallo. Papiere, bitte. Was ist jetzt verkehrer Reise? Ich möchte Freunde besuchen. Okay. Ein paar Monate. Das passt. Passt, Adrian Gutierrez. Ach, Kollegien. Also, ich muss sie auf jeden Fall durchsuchen. Ähm. Hallo, ich muss sie hier durchsuchen. Bitte. Ist sie jetzt nackt? Ähm. Wenn ich... Ich muss gleich mal gucken. Okay, nein. Sie ist nicht nackt. Nacktheit war gut aus. Okay, ja. Sie sind... Sie haben einen wunderschönen Körper. Haben meine... Okay, das ist richtig schrecklich. Sorry, Alter. Äh. So, ähm. Diese Anmerkung. So, neunter, zwölfter, drei Monate. Aber sonst sieht's cool aus. Ähm. Kollegen Wedor. Wedor. Ist das richtig? Scheiße, ich muss gucken. Ja, ist richtig. Okay, dann können sie gehen. Puh. So. Papiere bitte. Sie sagt nichts. Ähm. Sie wiegen ein bisschen mehr. Sie wiegen 50 Kilo. Bitte, bitte. Einmal auch sie durchsuchen. Noveckus... Noveckuska... Nikko... Nikole. Nikole. 31. Sie schmuggelt was. Hallo? Was ist das? Arrest? Hier wird nicht geschmuggelt. Oh mein Gott. Im Urlaub zu viel gegessen? Ne, ne, ne. Die hat geschmuggelt. Ich hab's gerochen. Papiere. Er kommt zu Besuch. 26. Zerhälfte. Einige Monate. Anze. Jesenkovski. 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 Anze. So, sieht sonst ganz gut aus. Steht hier auch, wie viel er wiegt? Ne. Tja, Mensch. Ähm. Wie groß du bist? Auch nicht. So männlich. Warte mal, das stimmt doch gar nicht, oder? Das muss ein Schreibfehler sein. Ja, okay. Schwierig, mein Freund. So. Nächster. Hallo, Papiere, bitte. Oh, sie sieht die Lächel zu schütteln. Was ist dieses Bild? 77 Zentimeter. Ja, kommt hin. Was ist das? Okay. Scheint richtig. Legazpi. Ivan. Fünfter, siebter. Äh. Ostkresten. Okay. Einfach gespiegelt. Ja, aber irgendwie sah das weird aus. Ich weiß nicht, warum. Oh, Mann. Nein! Ah, das war voll... Ungültig Geschlecht? Okay. Das habe ich so nicht gesehen, aber... Ähm. Oh, Mann. Ähm. Nico, Ochi, bist denn hier? Sarah Aldaheri? Muss ich was zahlen? Kein Buchgeld? Nee. Joko... Warte, nee. Erstmal hier. Zwei Tage Transit. Äh. Yes. Ach, ich musste erst mal untersuchen. Hm. Das ist leider so. Äh. Joko-Stadt ist aber dann richtig. Der Rest scheint auch richtig. Weiblich. Weiblich. Okay, dann können sie gehen. Geburtsdatum? Scheiße, ich guck... Ja, aber da steht doch überhaupt kein Geburtsdatum. Ich hab gar nichts zum Abgleichen. So. Ein Wander. Und dann... 24. 12. Einwanderung. Nummer. André Brito. Okay. Westchristin. Männlich. Kollegen einmal durchsuchen. Ach. Hat mich verdrückt. Routinemäßige durchsuchen. Das ist ja das Routinemäßig. Nennen. Aber eigentlich ist es nur bei den Kollegen. 50 Punkte. 50.000 Punkte. Keine Ahnung, wofür sie verwenden sollst. Kann sie weitersparen. Schmugglergut, Leute. Der wird festgenommen. Was? Es war ein Fehler, dass sie hergekommen sind. Hohoho. Weg mit dir. Rest. Tschüss, mein Freund. Tschüss, mein Freund. Tschüss, mein Freundchen. So, mein Freund. Joko statt. Ich möchte Freunde besuchen. Mh, 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 mh. Ein Monat. 23.12. Besuch. Shadi Safadi. Shadi Safadi. Okay. Dann muss ich dich auf jeden Fall auch noch mal durchsuchen. Das dauert so lange mit der Durchsuchung. Ich habe das Gefühl, ich kriege nicht viel Geld heute. Sieht aber sonst richtig aus. Hallo. Was auch immer das ist, bitte machen Sie das weg. Wie viele Leute müssen wir denn festnehmen? Alle am Schmuggeln heute. Mann, ich gebe ihnen 10 Credits, wenn sie mich durchlassen. Der hätte mir 10 Credits gegeben, aber ich war zu schnell. Mein Finger hat zu schnell arrestet. Tja, aber für 10 Stück hätte ich es auch nicht. Ich will, sie will einwandern. Tut mir leid, das passt halt auch nicht. Nee. Einreise bis 11.12. Ach so, habe ich im Datum verguckt. Äh, Erin, Laios, Vedor. Ich muss leider sie auch noch mal durchsuchen. Warum kommen denn so viele Oscolation jetzt hierher? Was ist da los? Junge, die Schmuggler blühen auf. Ist halt echt so. Tja kriegt nicht viel Geld heute. Oh no, Leute, könnt ihr uns dabei helfen? Oh Leute. Äh. Was ist denn los? Richtig am Schmuggeln. Das können sie sehen? Ja, schon. Sie sagt nichts mehr, das können sie sehen. Tschüss. What the fuck? Oh, mir ist aufgefallen, ich benutze gar nicht das Feature, das ich mit Space gucken, schneller gucken kann. Sollte ich mal machen. Einwandern. Ach so, habe ich das genommen? Ich kann gar nicht mit Space. Hä, welche Taste ist denn das? Ja, auf jeden Fall stimmt das hier nicht. Das ist ein altes Bild. Fingerabdrücke. Wo steht denn das? Ein Suchscannersystem. Ach so, ich habe das andere gar nicht genommen. Ach, die Schwiegermutter war wichtiger. Okay, ich verstehe. Aber was ist denn jetzt das Suchsystem? Oh, Arrest. Die Fingerabdrücke konnte ich auch nicht identifizieren, als ob. Aber was ist denn dann das Suchscannersystem? Ach, der Scanner einfach nur für die Schmuggelsachen, glaube ich. Glaube ich. Okay. Ach, die sind alle krank. Heizung, Medikamente. Wollen wir noch mal wieder Nahrung, oder? Sterben die nicht irgendwann? Medikamente. Ich kann mir nichts leisten. Nein. Also der Onkel ist krank. Schwiegermutter, Sohn und Frau sind hungrig. Schwiegermutter, Sohn und Frau sind krank. Gut, dass ich mir eine Handyhaltung geholt habe. So kann ich kochen, nebenbei den Stream gucken. Schau, dass du dich nicht schneidest oder so, bitte. Oh, scheiße. Schick doch mal die Sippe auch arbeiten. Ja, die Sache ist, das ist, wir sind, also der Arbeitsplatz wurde ja verlost. Ich glaube nicht, dass man hier so schnell Arbeit kriegt. Ab wann geht mein Game over? Ähm, ich denke, wenn du deine Miete nicht mehr bezahlen kannst. Weil dann hast du kein Haus mehr. Oh! Yeah! Wow! Damit keiner verhungert. Jinyara, Jinyara. Dankeschön, Bluewood, für deinen Schinken. Dankeschön. Naja, man kann es, man könnte es versuchen, ne? Ach, wie im echten Leben, meinst du? Man geht auch im echten Leben Game over ohne Wohnung. Naja. Oh Mann, Dankeschön. Die Schwiegermutter ist nicht so wichtig. Ne, ne, ne. Und die wird sich ja... Der Sohn ist wichtiger. Der Sohn ist tatsächlich am wichtigsten. Aber brauchst du Haus, Klasse 8? Naja, ohne Haus ist halt schwierig. Dann leben wir auf der Straße. Ich soll nochmal zwinkern. Green Killer! Green Killer! Green Killer! Zwinkering Nudel für dich! Green Killer, ich habe dich angezwinkert. Heizung weg. Aber dann werden die doch alle krank. Green Killer, ich glaube, ich lasse die Heizung und machen wir das so. Scheiße, ey. Wir brauchen mehr Gehalt oder so. Das ist echt richtig... Einfach richtig schwierig. Guten Abend, hallo Sora! Ist eh nur die Schwiegermutter. Ne, unsere Frau, die leidet auch ein bisschen, leider. Okay, dann gehen wir mal schlafen, I guess. Das ist ja schrecklich. Kollegischer Staatschef legt Beschwerde ein. Achso, wegen, weil wir die, weil wir die durchsuchen immer. Nein, Astotzka hat alles richtig gemacht. Alle Kollegien zu durchsuchen, nur weil sie aus Kollegien kommen, ist doch sinnvoll. Die Kollegien haben formell Beschwerde eingelegt. Ein Diplomat wird heute zu Gesprächen auf höchster Ebene eintreffen. Das automatische Durchsuchen von Bürgern Kollegiens ist nicht länger autorisiert. Diplomaten benötigen zur Einreise nur einen Pass und eine gültige diplomatische Akkreditierung. Oh. Also wir müssen Diplomaten durchlassen, ne? Wahrscheinlich. Oh, oh Gott. Nur einen Pass und gültige diplomatische Akkreditierung, okay. Mh. Die schmuggeln ja auch alle. Okay, war true. Die haben ja auch alle geschmuggelt. Die haben jedes Mal geschmuggelt. Naja, okay. So. Passt so. Das heißt, die müssen wir durchlassen, wenn das richtig ist. Diplomaten müssen akkreditiert sein. Okay, wir versuchen's. Ich geb mein Bestes. Ich bin so langsam. Ich muss schneller werden, Leute. Meine Familie braucht mich. Die hungern alle zu Tode. Da war noch ne Seite. Oh. Ne, war's nicht. Okay. Let's go. Endlich wieder kollegischer Buben sind. Astotzka. So. Diplomatische Johanna Salajewa. Oh nein, ich hab schon wieder nicht geguckt, ob die Dings richtig ist. Kollegchen. Obristan. Astotzka. Aber das stimmt hier nicht. Oder? Ne. Achso, der hat Zugang hierzu. Aber du kommst aus Kollegchen. Ähm. Ne, hier steht ja Kollegchen. Alles gut. Äh, weiblich. Fedor. Okay. Sie können rein. Vielen Dank. Für die Blumen. Vielen. Ich dachte grad, das ist Georgie. Er ist nur zu Besuch. Drei Monate. Der ist abgelaufen. Ich konnte erst jetzt kommen. Das ist nicht mein Problem. Tschüss. Gehen Sie. Seien Sie einfach aktueller hier. Was soll denn das? Georgie einfach Bester. Ja. Das ist Georgie. Hallöchen. Ich schon wieder. Freust du dich, mich zu sehen? Das ist nicht... Jetzt hab ich alles dabei, was du brauchst. Nein. Du brauchst... Du brauchst eine Einreisegenehmigung. Nein. Die hat mir einen Care verkauft. Der meinte, die ist gut. Schau die doch mal genauer an. Georgie. Das ist nicht mehr gültig. Kommen sie ja nicht wieder. Haha. Du bist mir schon ein netter Kerl. Aber ich hab geschäftlichen Nassdotzka zu tun. Ich hol mir die richtigen Papiere und dann komm ich. Ganz bestimmt. Ganz bestimmt Georgie. Papiere, Bilder. Freunde besuchen. Zwei Wochen. Young Lee. Okay, aber stimmt das hier? Okay, hast nur die Haare anders. Okay. Äh. Aber das hier stimmt nicht. Das muss ein Erdniss sein. Ich hab das doch gerade erst verlängern lassen. Tschüss. Oh, schneller. Wir müssen schneller sein. Nein. Ähm. Wer bist du denn? Der Orden erwartet sie. Ähm. Kommen Brex. Was mach ich jetzt mit dem? Ich nutze den Transitverkehr. Ich bleib hier einige Tage. Okay. Onak Toscano. Onak Toscano. Die Nummer scheint richtig zu... Ähm. Impor. Enkyo. Aber was mach ich mit dem Typen, wenn der kommt? Oh, langsam merke ich auch, wie die Konzentration noch lässt. Das ist voll anstrengend. Ja, hier fehlen Papiere. Meier. Bitte. Okay. Ja, dann. Warum nicht direkt so? Einreisegenehmigung. Aber Brate brauche ich nicht auch noch. Aber der hat ja einen Arbeitsausweis. Einreisegenehmigung. Nee, warte. Hat er gesagt? Er kommt ja nur zu Besuch. Ich bin dumm. Äh. Okay. Ähm. Ilya. Du, du, du. Männlich. Männlich. Bostan? Bostan ist... Ist Bostan richtig? Scheiße, ist richtig. Damn. Ich dachte, ich war da was Großem auf der Spur. Ja, dann kannst du rein. Passt nochmal. Aber die stimmte doch. Mann. Hört auf, mir meine Zeit zu stehlen. Oh. Papiere, bitte. Ich komme zu Besuch. Ein paar Wochen. Okay, manchmal verstehe ich das Spiel nicht. So, da, 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 da. Paulina. Labrowska. 23.12. Antegrion. San Marmero weiblich. Should be right, oder? Should be right. Oh, ich merke richtig, ich, die Konzentration ist so weg. Oh. Ich muss einfach gleich pennen gehen. Oh. Geben sie mehr Ernst dafür her. Oh, das ist Cormundrax. Was mache ich jetzt mit dem? Reinlassen? Nicht reinlassen? Ich gucke einfach ganz normal. Ich gucke ganz normal. 75. 1. 75. Das passt auch. Geboren. Ähm, ja, passt auch. Orvatch. Ist bestimmt richtig. Orvatch ist richtig. Der darf halt rein. Nur weil mir ein Typ sagt, einen Zettel gibt mit einem Namen, verändere ich dich doch da nichts. Was ist das? Du siehst überhaupt nicht aus wie der Typ. Alter, der ist voll gruselig. Das ist ein altes Bild. Fingerabdruck, bitte. Neil Pisan. Kann man sieht. Passt aber sonst soweit. So, passt das hier. Tut mir leid, mein Freund. Bitte lassen Sie mich durch. Ah, yes. Das stimmt nämlich nicht. Einreisige Genehmigung hat er ja trotzdem genau. Deswegen. Deswegen dachte ich gerade, kann ich ja nicht einfach. Ginger müde. Ginger schlafen ist wirklich so. Ich fährt so müde von dem Konzentrieren. Konzentrieren. Ich bin hier zu bearbeiten in ein paar Wochen. Machen wir erstmal das hier. Sakkari. Muss ich da irgendwas abgleichen? Ne, ne? Sakkari Heinonen. Sakkari Heinonen. Ein Monat. Ach, nicht das. Ein paar Wochen. Ja, kann man so deuten. Republiken. Äh, Les Renadi. Oh, ich hab Zeit. Ich guck jetzt mal. Republiken. Les... Ah, das ist echt falsch. Oh, da freu ich mich. Ja. Davon weiß ich nichts. Arrest. Da ist wieder gefälscht worden. Ich find das so toll. Ich kann die alle einsperren. Ich kann sie alle einsperren. Ich kann sie alle einsperren. Ja, das kann ich gern. Ah. Ah. We still got no money. How should we survive? Oh. Hast du Bock, sowas im Real Life zu machen? God, no. Nein. Tut jeder leid, der das machen muss. Oh, man. Sing, 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 sing. Ich werde dich immer vermessen. Sing, 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 sing. Oh, ich hab es dir wirklich lieb. Hey. Yeah. Yeah. Headzone. Hast du gut gemacht, Yulia? Ja. Wo bleibt mein Putt-Putt? Ich hab nicht wirklich ein Putt-Putt gekriegt. Wo bleibt mein Putt-Putt? Ja. 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 Dankeschön. Mau. Das kommt sogar von Mau. Und ich hab Bock gekriegt gleichzeitig. Roter Hogi raus. Raus mit dir. Was soll das? Ich hab keine Punkte. Alles gut. Danke für die 6,66 Euro. Dankeschön. Okay. Äh. Wie okay? Danke für 100 Bits. Dankeschön. Schlucken. Oh, ich bin klug jetzt. Damn. Ihre Familie braucht Medikamente. Ach was. Oh, er hat jetzt mal Nahrung angetickt, weil er sich dachte, ha, die sind ziemlich hungrig. Die müssten mal was essen. Äh. Oh. Oh, jetzt hab ich auch noch Fuchs on. Leute, ich wollte eigentlich sagen, ich brauch mal ganz kurz irgendwie... Entweder ich muss aufhören, das Spiel zu spielen. Oder ich brauch ne Pause. Oder so. Ich bin tatsächlich auch hungrig. Ich hab überlegt, ob wir vielleicht ne kurze Essenspause machen. Und dann... wird äh... weiter. Mach ich noch nen Tag zumindest. Oder zwei. Das macht nämlich voll Spaß. Oh. Oh. Jetzt grade schaut Jinja kein Anime, sondern streamt. Das ist true. 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 kurz erstmal holen und warm machen. Aber ich habe noch einen Teller Reis in der Küche. Den snacke ich mir kurz und dann esse ich den hier mit euch kurz. Versuche mich zu beeilen. Und dann bin ich gleich wieder da und danach spielen wir noch weiter, würde ich sagen. Ja! Bis gleich, Leute! Bis gleich! Viel Spaß in der Pause. Tut mir leid für die Ohren, die jetzt ablaufen. Vielleicht mache ich gleich einfach noch Eartime, den Rest des Streams. Wenn ihr möchtet. Ja. Okay. Bis gleich! Oh, oh, oh. Das war ein harter Übergang. Bis gleich, Leute! Bis gleich! Bis gleich! Bis gleich! Bis gleich! Ladies and gentlemen, lassen Sie ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt. Vielen Dank. Schlagzeile, es steht die Frage im Raum, ob Ginger wirklich anderns synchronisiert hat. Wir machen uns auf die Suche nach der Antwort. Bis gleich! Jetzt bin ich. Ich habe es... Ich habe es nicht genau. Ich habe es nicht sage. Es ist gucken. Ich habe es keine flagship. Es geht weiter. Ich habe Angst. Ich bin übel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Na klar, 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 das wird gelesen, okay, 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 ab jetzt, ab jetzt, ab jetzt ignoriere ich dich wirklich, wenn dich das glücklich macht, ... ... Ich habe das Gefühl, ein Nightbot wird konsequent ignoriert. Ginger liest den nie vor. Mann, der arme Nightbot. Ich finde den Pausenscreen super. Dankeschön, ich auch. Aber ich will den eigentlich nochmal, ich will die Stockwerke nochmal ein bisschen verändern. Ich kam da nur noch nicht zu, weil dafür muss ich halt aufschreiben, was ich haben möchte. Das Zusammensammeln, das Ordnen und das Geordnet und Aufgeschrieben an Steve weiterleiten. Und dieser Schritt, das erstmal zu machen, da weiß ich nicht, hatte ich bisher noch nicht die Motivation zu. Aber ich hätte so im Prinzip richtig Bock. Ich habe auch überlegt, ob man vielleicht in Stockwerke fährt. Und da sind nicht nur Bilder, sondern auch Clips von mir, die dann abgespielt werden. Ich habe Angst, was du für Clips auswählst. Die besten Clips, Clips, die meinen Channel definieren. Arrest! Sind die Fledermäuse oben rechts tot? Hä, aber die gucken dich doch an, die haben doch sogar Äuglein. Hier kommt die Sahne. Wann kommt die Sahne? Oh. Ah, der Ohrkatzelschwurf. Oh, Kotzelschwurf. Das klingt ja lustig. Oh Gott! Leti Noah, Dankeschön für neun Monate. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Ich merke, die Pause tut richtig gut. Ich glaube, gleich kann ich wieder richtig fresh Leute abschieben. Wo ihr zu viert was gemacht habt. Meinst du Leitmotiv? Die Leitmotiv-Gang. Leitmotiv-Gang. Yeah. Wir werden bestimmt immer mal wieder Stuff zusammen machen. So ist das nicht. Oh, auf die nächste Quizshow von Mona freue ich mich schon richtig. Ja. Ja. Oh ja, Quizshow. Ja. Ich schau grad das erste Quiz noch von Mona. Das war so gut. Das hat Mona so toll organisiert. Ja, das nächste Quiz gibt es auch irgendwann demnächst. Mona ist ja jetzt Partner. Habt ihr das mitbekommen? Leute, ganz Leitmotiv ist jetzt fresh. Alle Leitmotiv-Mitglieder sind jetzt Partner. Es ändert absolut nichts. Aber wir haben tolle Häkchen hinter dem Namen. Oh, ist der Jan. Jan ist doch kein Leitmotiv-Talent. Boah. Das ist trotzdem ziemlich beeindruckend. Ginger mit Schluckauf hat Potenzial für akustische Diabetes. Äh. Was? Als ob ihr meinen Häksen alle so süß findet. Ich kann da halt echt nichts gegen machen. Das ist so eine Gewohnheit. Und ich krieg es nicht weg. Und dann sagen Leute auch noch, sie finden das toll. Das ist ganz schlimm. Oh, Extreme Builder. Danke für dein Sub-Gift. Dankeschön. Dankeschön. Hattest du nicht Member gesagt? Ja, aber Jan ist ja auch kein Member in dem Sinne. Er ist halt Manager. Secret Lama. Danke für dein Hixen. Dankeschön. Oh, Ginger Putt-Putt geht nicht. Ja, wenn du jetzt putten würdest, würdest du mich ja gar nicht sehen. Das ist also ganz gut. Das ist also ganz gut, wenn Putt-Putt gerade nicht geht. Hm. Allmeldung. Schino hat das Kabel im Wohnzimmer angeknümmert. Wie viele Kabel wird er noch vernichten? Verfahren Sie mehr auf unserer Website. Boah. Jan ist der Sklave. Also, ja, vielleicht schon ein bisschen. Vielleicht schon ein bisschen. Gehört Marco eigentlich auch dazu. Marco ist quasi, ähm, gehört zum Team von Leitmotiv. Also, Marco, äh, Jan ist ja kein Talent. Marco ist auch kein Talent. Marco ist 3D-Artist für Leitmotiv. Das heißt, ähm, wir als Leitmotiv-Member, wenn wir neue 3D-Sachen für unsere Models haben möchten, äh, werden wir commissionmäßig oder auch einfach beratungsmäßig immer vorgezogen. Und haben immer Priorität. Ähm, ja, wir haben ja im Team auch noch zum Beispiel, äh, äh, Jan und Alex. Und das sind, äh, Talent-Manager. Ähm, ich hab ja meinem, äh, Leitmotiv, äh, äh, Vorstellungs-Stream auch erklärt, ähm, was die unterschiedlichen Aufgaben sind. Und mittlerweile haben wir sogar noch einen Manager mehr im Team. Bin mir immer noch nicht so ganz sicher, ob ich das öffentlich sagen darf oder nicht. Ja. Genau, genau. Wer könnte das wohl sein? Ach ja. Boah, na Junja, geht's dir besser? Ah, Felix, danke für 4 Monate. Yes, ähm, I'm feeling, I'm feeling. Also, ich fühl mich eigentlich gesund. Ich war auch schon wieder im Fitnessstudio. Aber, Alter, was ist denn jetzt los mit mir? Meine Güte! Aber ich bin noch ein bisschen verschleimt. Also, noch ein kleines bisschen Husten hab ich und schleimige Nase und so. Yes. Komm, komm. Bin gleich fertig mit Essen. Du sagst ja keine Namen. Ja, deswegen, ähm, das meinte ich damit, ob ich den Namen nennen darf, weiß ich nicht. Ihr benötigt noch einen Horny-Beauftragten für Luni. Das ist in manchen Streams echt schlimm bei ihr. Aber, aber... Also, wir sind doch ein Leitmotiv. Alle Horny. Hä? Also, ja. Luni. Luni ist schon gut dabei. Aber ich bin jetzt auch nicht von... Mit Unschuld besät, sag ich mal. Arme Mona. Ja, Mona ist so... Mona ist so... So toll. So pure. So vernünftig. Ich hab das Gefühl, sie hält uns alle zusammen. Mona ist das, was uns zusammenhält. Oh. Oh. Okay, zwei hatten noch. Dann bin ich fertig, versprochen. Ach, Resonanz des Schicksals. Dankeschön für neun Monate. Vielen, vielen lieben Dank. Und Felix. Dankeschön für vier Monate. Ach so, da hab ich mich schon bedankt. Aber trotzdem danke. Oh, da kam ja vorhin noch ne Donation von The Secret Lama rein. Die Fahrstuhlmusik ist so entspannt. Boah, sorry. Sehr schöner Pausenscreen. Yeah, dankeschön. Hm. Oh. Ich klassifiziere euch so. Mona, Gehirn, Finn, der Junge Wilde. Der Junge Wilde. Ich dachte, du sagst einfach Finn gleich Schwanz. Luni, Hornifan, Ginger, Erfahrung. Ich bin ne Erfahrung? Das musst du jetzt bitte erklären. Warum, wie, inwiefern bin ich ne Erfahrung? Also was heißt das? Ist das ne gute Erfahrung? Ich bin ne Erfahrung. Ach so. Oh, ich habe Erfahrung. Hm. Also ich hab schon manchmal das Gefühl, also so richtig überspitzt ausgedrückt. Ich hoffe, das nimmt mir auch keiner böse. Ähm, ich fühl mich manchmal so ein bisschen wie als also das sagt mir keiner und das, ähm 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 das Wild, also ich wie soll ich das sagen, das hat jetzt niemand zu mir gesagt oder von mir erwartet, sag ich mal so. Aber ich hab immer das Gefühl so Genau das. Hey, ich wollte, ich war noch nicht fertig mit erklären. Hey. Hey. Ich musste grad die richtigen Worte finden. Hallo. Oh, ich kann das irgendwie, ich, 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 ich finde die richtigen Worte nicht so richtig. Wie ich das erklären soll. Ich will mich irgendwie um die drei kümmern. Das ist, glaube ich, gut gesagt so. Aber ich merke oft, ich muss mich gar nicht unbedingt um die drei kümmern. Weil die können auch super viele Dinge immer wieder so viel so krass coole Dinge von wo ich mir denke so boah damn da kann ich mir echt selbst eine Scheibe von abschneiden. Die sind echt talentiert. Manchmal denke ich so Oh ja, ich hab halt die Erfahrung. Ich weiß manche Dinge vielleicht, die sie vielleicht nicht wissen. Okay, cool. Aber so was Kreativität oder Expertise angeht teilweise da kann ich mir wirklich eine Scheibe abschneiden. Ich bin deswegen auch ja echt froh in diesem Team dabei zu sein, weil wir uns alle gegenseitig motivieren und neue Ideen geben. Und ja genau nochmal Secret Lama Dankeschön Danke für die Bitties Dankeschön Danke, Danke, Danke. Ich fand das auch so traurig, weil als ich angekündigt habe, dass ich Leitmotiv gejoint bin, hatte jemand sich dazu geäußert und gesagt, warum warum ich denn zu den Dreien dazugehe und warum ich jetzt nicht in irgend so eine richtig riesige Agency wechsle oder was weiß ich. Und ich dachte so das ist traurig, weil ich weiß einfach wie viel die drei können und wie viel Potenzial die haben und wir verstehen uns so gut und helfen uns gegenseitig und das ist den Leuten dann manchmal egal oder das sehen sie nicht und das finde ich so schade. Also weil ich bin einfach mega, mega glücklich. Ich glaube ich wäre ultra unglücklich, wenn ich jetzt in so eine wirklich riesengroße Agency gegangen wäre, die bei weitem nicht so persönlich ist und ja, ich bin einfach mega happy gerade. Ah yes, Numbers, ja, again, people only looking at numbers. Ich habe ja meine Seele an Leitmotiv verkauft. Ja, ja. Ähm, Knebelverträge. Wir haben, wir haben alle wunderschöne Knebelverträge. ein bisschen Deep Talk hier gerade, I'm sorry. Ich rede da ja eigentlich gar nicht so viel drüber. Aber, mh, aber auch schön, dass ihr auch denkt, dass wir uns gut ergänzen. Finde ich auch. Ähm, ja. Das ist doch schön, so ein Team zu haben, mein Team. ein Job ist mir jetzt schon viermal in den Rücken gefallen. Oh. Oh mein Gott. Warte, was? Ruta, what the fuck? Ich wünsche dir ganz viel Kraft. Holy shit. Ah! Ah! Oh no, oh no, oh no. Oh man. Stimmt es, dass das Leitmotiv-Team auf der Tukumi Stöpsel-Schweife tragen. Ich finde die Bezeichnung Stöpsel-Schweife wirklich sehr abenteuerlich, aber auch sehr passend. Bitte lass uns nicht darüber reden. Bitte. Ich habe einfach nur gesehen, dass es, dass es Cosplay-Schweife gibt als, als Stöpsel, ja? Also den Stöpselst du dir halt rein, weißt du? Stöpsel-Schweife, also ich finde Stöpsel ist ein guter Begriff und ja, ich habe den einfach mal, ich habe den einfach mal Looney geschickt. Das fand sie nicht so gut. Deswegen auch hier Cheech. Ja, wir reden, wir reden dann besser nicht drüber. Das passt schon. Warte, was? Nee, nichts! Gar nichts! Nichts! Äh, ähm. Krenox, hallo! Hallo, Krenox! Schön, dich zu sehen! Äh, ja! Hallo, hallo! Dankeschön für 43 Monate Darkseid. Danke für vier Monate. Dankeschön! Hallo! Hm. Gut, mein letzter Hoppen, ja? Hm. Loni hat gemeint, soll Ginger sich doch stöpseln, wenn sie will. Hä? Hat sie das wirklich gesagt? Oder hast du dir das gerade ausgedacht? Ich sehe noch einen Merch. Ich weiß nicht. Moistmotiv. Da gibt es dann auch stöpsel, schweifel. So, ich, ähm. Ich putze mir die Nase kurz. Pfff. 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 Ich hab wirklich 10 Minuten für die Happen gebraucht. Mann. Das ist nur, weil wir noch gequatscht haben. Scheiße. Das ist, weil wir noch gequatscht haben. Mh. Mh. Oh. Okay. Ich bin aber jetzt fertig. Essen soll man genießen. Aber ich hatte legit nur noch zwei Löffel. Aber ich hab den einen Löffel die ganze Zeit in der Hand behalten und nur gequatscht. Okay. Okay, wir sind aber jetzt fertig. Wir spielen mal weiter. Oh Gott. Frickin' Damage. Oh. Hallo Leute. Hi. Ähm. Ich bin noch, ich bin noch von eben. Oh, ich hab keinen Shortcut dafür. Dann machen wir das so. Machen wir so. Wow. Von eben mach ich noch mal die hier. Ah. Mh. 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 Dankeschön fürs Papa. Dankeschön. Ja, Schneeke. Wie mach ich denn, ähm. Alerts. Alerts. Wir gucken mal, wie viel, ähm, wie viele Tage jetzt noch mein Hirn abkann. Aber. Damn. Oh shit. Mein, mein, mein haariger, dicker Kopf versperrt Dinge. Oh, die Musik. Bam, ba, dam. Bam, ba, dam. Bam, ba, dam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Unsere Familie ist krank. Und hungrig auch. Jetzt brauchen wir Food. Dann haben wir kein Geld mehr. Das ist echt schlimm. Ich hab elf geschafft. Hä? Ich hab elf geschafft. Und ich hab gerade so überlebt. Weil ich an meine Schwiegermutterfrau. Oh, Gott. Oh. Nein, nein, nein. Wir machen das nicht. Ja, okay. Okay, Leute. Are you ready? Meine Familie braucht Medikamente. Wir müssen ranklotzen. Schwiegermutter weg. Ich kann die nicht aus dem Fenster schmeißen, Leute. Was zur Hölle? Okay, let's go. Was passiert, wenn deine Angehörigen versterben? Miethanus, was ist das für eine Frage? Dann sind die tot. Dann bist du traurig. So, die Wahrheit von Astotzka. Hochrangiger Kollege ist astotzkanischer Spion. Als vermisst gemeldet. Wahrscheinlich tot. Äh? Wahrscheinlich tot. Kann es sein, der Typ, den wir durchgelassen haben, dass der jetzt getötet wurde? Ich weiß es nicht. Was ist ein Kollegium? Äh, das ist jemand, der aus Kollegien kommt. So, hier steht's auch nochmal. Cormundrax. Cormundrax. Warte, war das wirklich Cormundrax, den ich da durchgelassen hab? Okay, Leute, neuer Arbeitstag, neues Glück. Ähm, oh, ich packe mich aber trotzdem nochmal ein bisschen. Mach mir ein bisschen runter. Meine Ohren verdecken ein bisschen was von den Infos, aber ich hoffe, das reicht. Mmh. Ah, makes sense. Ja. Inspektor, ein verdeckt operierender Agent des Ministeriums für Information ist enttarnt worden. Das Ministerium für Grenzschutz hat seine Dienste als Vermittler angeboten. Mehr dazu später am heutigen Tage. Okay. Wow. Und ansonsten keine Infos. Es bleibt alles so, wie es ist. Es bleibt alles so, wie es ist. Als ob hier jemand aufs Spiel achtet, wenn Jinja am Bildschirm ist. Hallo, look at me. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Ah, der Fürst. Dankeschön für drei Monate. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank. Hm. Dankeschön, Dankeschön. So, Person muss einen Pass haben. Einreise, ich weiß nicht. Inländer benötigen einen Ausweis. Hattest du schon immer eine Brille auf? Nein, jetzt. Nur, weil ich klug bin. Äh, Lini, nee, das läuft mit Timer. Die gehen irgendwann wieder aus. Von alleine. Ähm. Einreisegenehmigungen für Ausländer. Arbeiter aus, keine Schmuggler und Diplomaten. Okay. Wir versuchen unser Bestes. Wir gucken mal. Für unsere Familie, Leute. Wir müssen ranklotzen. Oh. Hallo. Bist du der Spion? Was? Nein. Ich bin Werther hier. Mein Name ist Kalensk. Die haben gesagt, ich kriege einen guten Posten und dann schicken die mich hierher. Ach, das ist also der Dank. Und jetzt verdiene ich so gut wie nichts. Ja, true, same. Als ob wir anderen hier mehr verdienen. Ja, aber jetzt pass mal auf. Ich kriege einen kleinen Bonus, wenn du Leute einbuchtest. Je mehr du einbuchtest, desto mehr kriege ich. Also, aber fair ist das nicht, oder? Du solltest auch was kriegen. Also werde ich dieses kleine Problem lösen. Für jeweils zwei Leute, die du einbuchtest, kriegst du fünf Credits von meinem Bonus. Klingt für mich nach einem guten Geschäft. Du kriegst dein Geld, sobald die mich bezahlt haben. Machen wir das Beste draus. What the fuck? Ich hab so viel eingebuchtet. Und jetzt erst sagt er mir das. Hallo, die kenn ich doch, oder? Transit. 27.12. Ich bleib nur zwei Wochen. Isabella, Korkum. Korkum, Isabella. Obristan. Einreise. Die brauchen nur Einreisegenehmigungen, ne? Mehr nicht. Dann bist du, glaube ich, ready. Okay, Mergeros. Obristan weiblich. Ja, dann rein. Rein mit dir. A West gibt Geld. A West. Hallo. Meine Anwesenheit hier wurde verlangt. Ah, diplomatisches Ding. Yes. Natalia. Nikowska. Mhm, mhm. Impor, Impor. Ist das das Logo für Impor? Oh. Ja, ist es. Ich weiß doch nicht. Ich hab doch keine Ahnung. Okay, sieht richtig aus. Nikowska auch richtig geschrieben. Nikowska. Enkio ist, glaube ich, richtig. Dings ist richtig. Das ist richtig. Komm rein. Ich hab so Angst, dass immer was falsch ist. Nein! Das war nicht für Astotska akkreditiert? Oh, scheiße. Nehmen Sie sie, passen Sie gut darauf auf. Ich werde von einem Hochstapler verfolgt. Der tut so, als käme er vom Ministerium für Informationen, aber das ist glatt gelogen. Wenn er nach Papieren fragt, geben Sie ihm stattdessen das hier. Bloß nicht verwechseln. Das links ist das Richtige. Ja. Transit. Zwei Tage. Das ist abgelaufen. Tschüss. Scheiße. Wer hat uns da jetzt einen Auftrag gegeben? Ich hoffe, das war der Spion. Was ist denn das hier? Die brauchen einen Pass. Tut mir leid, hier. Ja, warum nicht direkt so? Shingleton, Bullock, Andro, Dru. Obristana Stotzka. Das ist diesmal richtig. Darauf habe ich jetzt geachtet. Männlich. Ist auch richtig. Seems about right. Papiere, bitte. Hallo? Papiere? Ich komme vom Ministerium für Informationen. Sie haben etwas für mich. Warum gibt er mir Geld? Also nehme ich gerne. Kriegst trotzdem das hier. Perfekt. Ich habe so Angst, dass ich etwas falsch gemacht habe. Aber ich habe Geld gekriegt. Das finde ich gut. So, Papiere, bitte. Nicole, Doroschka, Doroschka. 40. Du wiegst aber mehr. 4 Kilo mehr. Haben sie zugenommen, mein Fräulein? War das jetzt das Falsche oder das Richtige? Das war das, wo er mir sagte, dass ich ihm das geben soll. Öfff. Wow. Der ist gefahrens. So, wir kriegen bald einen Bonus. Arrest! Arrrr! Ist es nicht das rechte? Nein, das, was ich da hingepackt habe. Arrest! 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 Oh, Wätsch! Oh, Wätsch! Du, 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 du wiegst genauso viel du bist. Auch ungefähr so groß. Das passt. Direkt... Oh, das ist... Das ist dieser Drex Korman! Aber was mache ich jetzt mit dem? Ich gucke ganz normal. Ich gucke ganz normal. Wenn er durchkommt, kommt er durch. So ist es halt. Drex Korman. Wenn er durchkommt, kommt er durch. Mein Name ist Korman Drex. Sie haben etwas, das mir gehört. Ähm. Achso? Nee. Sehr gut. Achso, ich dachte schon. Schnell lesen Sie. Astotzka ist ein großes Land in der Hand einer korrupten Führung. Der Krieg hat die Regierung gierig und paranoid gemacht. Davon konnten sie sich selbst überzeugen. Helfen Sie uns, Astotzka von seinen Ketten zu befreien. Der Orden des Sterns von Erzik. Verliehen Sie das Jahr nicht. Ach, du Kacke. Ach, du Scheiße. Ich weiß nichts von korrupten Sachen. Ich komme hier nur durch. 22.12. Da zwei Tage. Thomas Gorski. Ist das runde Logo richtig? Das sieht weird aus. Oh. Ne, das ist, ich bin, hab, Dings, das ist richtig. Aber was ist das hier? Sind Sie der Mann? Das ist ein altes Bild. Kann ich nicht. Das ist fast, wo du bin ich, als ich noch Haare hatte. Okay, ja gut. Übereinstimmung. Okay, wenn er sagt, das stimmt, dann wird das wohl stimmen. Republiken, Glorian Major. Boah, heißt das wirklich Glorian Major? Republiken. Ja, heißt das. Ja, dann kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Ich hasse alles. Dieser Blätterwald auf dem Tisch? Ne, ich finde das großartig. Ich möchte Freunde besuchen. Zwölf Wochen. Zwölf Wochen Freunde besuchen. Bei um Nathalie Sindal. Weiblich Fedor. Sieht auch richtig aus. Kollegien. Looks right. Mann, nur einen. Wir haben nicht mal einen Bonus gekriegt für den Arrest. Hatten wir nicht schon mal das Essigende abgeschlossen? Ich weiß es nicht. Sollen wir uns mit denen verbünden? Leute, nein, wir verbünden. Wir können das nicht machen. Glory to Astotzka. Für Astotzka. Hm. So, was haben wir jetzt? Oh, wir haben fünf übrig. Friert, hungrig, krank. Leute, bis auf unser Sohn, der nicht hungrig ist, sind alle hungrig, frieren und sind krank. Ähm. Ähm. Medikamentssohn. Ganz ehrlich, der Sohn braucht ein bisschen... Die sind halt alle hungrig, ne? Vielleicht nehme ich das weg und gebe den lieber allen die Medikamente. Oder? Ich lasse es. Der Onkel, der braucht... Leute, braucht der Onkel Medikamente? Den Onkel brauchen wir doch nicht mehr, oder? Oder? Wir brauchen den Onkel noch, aber die Schwiegermutter nicht. Oder? Schwiegermutter weg. Schwiegermutter braucht keine Medikamente. Dann haben wir noch zehn übrig und dann können wir vielleicht beim nächsten Mal endlich ein bisschen mehr kaufen. Schwiegermutter weg. Ja, vielleicht brauchen wir die ja nicht mehr. Nee. Schwiegermutter brauchen wir doch nicht, oder? Ah. Ich spiele das Spiel auf meinem iPad. Das macht voll Spaß. Ja, es macht auch voll Spaß. Aber es ist echt anstrengend. Ich möchte bitte nie mit Ginger verwandt sein. Äh, warum? Ja, weg mit der Ollen. Die braucht jetzt gerade nichts. Finde ich gut so. Ja. Vielleicht erben wir da noch was. Ja. Kollegien räumt auf. Innere Machtkämpfe. Dutzende aufgrund gefälschter Beweise spurlos verschwunden. Dutzende aufgrund von gefälschter Beweise. Habe ich jemanden fälschlich reingelassen? Nee. Oh, ich muss mehr trinken, Leute. Mehr trinken. Ich rufe einen Schlucken aus. Schlucken! Schlucken! Heute wird Ihnen die Abteilungsleitung für den Distrikt Ostkrest in einen Besuch abstatten. Legen Sie Ihr bestmöglichstes Verhalten an den Tag. Okay. Hallo. Hallo. Ich rufe einen Schluck. Oh, ne. Sie sind hier der Inspektor. Also bin ich für Sie verantwortlich. Sie haben vier Verweise bekommen. Vielleicht war es ein Fehler, sich auf die Lotterie zu verlassen. Naja, jetzt zur Motivation. Hängen Sie das an die Wand. Ich komme in zehn Tagen wieder. Machen Sie mir keine Schande. Es lebe, Stotzka. Okay. Minister für Grenzschutz, Anerkennung, für Dienst nach Vorschrift. Ja, also, also, na, also, ähm. Ich meine, natürlich. Ja, wir sind so toll. Gleich in die Mitte, damit alle das sehen. Ah, ich mach Dienst nach Vorschrift. Ah, ist das nicht schön. So. Beim ersten Lauf hattest du mit Essek gemeinsame Sache gemacht. Sollte ich nicht tun, oder? Ich weiß nicht, Leute. Ich fühl das nicht. Wir können doch nicht so hinter, hintergehend sein, oder? Drei Stunden, Sim. Leute, drei Stunden schlucken! Wenigstens keine Auszeichnung für Anwesenheit. Oh, Mann, ey. Unser Grenzschutzbeamter kommt immer zur Arbeit. Oh, ich sitze gerade. Okay, ich sitze gerade. Ich sitze gerade. Einmal noch strecken noch dazu. So, ich hoffe, das ist das, was du erwartet hast, als du, ähm, glaubst, dass ich... Oh, Gott! Wow! Aluvra, warum? Warum machst du das mit mir? Warum? Ginger, geht's dir gut? Ja, klar. Oh, pfuh. So. Oh, die Dicks, da kamen sie einfach. Ich, ähm... Ich weiß nicht. Bisher, ich bin erst mal nicht so happy. Aber der hat mich best... Hat er mich nicht bestochen? Ne, das war der andere, ne? Wenn die mich bestechen, denke ich vielleicht drüber nach. Aber es muss gutes Geld sein. Ja. Dann machen wir das vielleicht hier. So. Nächster! Papiere, bitte. Hallo? Oh, sie kommen aus der Stotzka. Sie wiegen 82 Kilo, 77 Kilo, das kommt hin. Okay, machen wir doch lieber hier hin. Ähm, Ostkristin. Mladen, Mladen, Nowik, Milan. Okay. Looks good, you may pass. Looks good. Danke für die ganzen Follows, die auch reinkommen. Dankeschön. Papiere, bitte. Hallo? Sie haben ja überhaupt... Ich besuche Verwandte. Sie haben aber gar keine Einreisegenehmigung, mein schönes Fräulein. Drei. Da ist es der Zwölfter. Besuch. Bisher ist die Nummer noch nie falsch gewesen, oder? Lünder Molderweg. Okay. Richtig bustern. Es ist wirklich bustern. Karte der Region. Republiken. Bustern. Ab in den Arrest? Aber warum? Kannst du die Sachen bitte so hinlegen, dass man mitschauen kann? Ich versuche es. Das ist the best I can do. Ich bleibe 60 Tage. Ja, aber wo ist denn jetzt dein Scheiß? Habe ich verloren. Ja, dann kannst du gehen. Nein. Ich werde nicht gehen. Arrest! Geh jetzt! Mann! Mein Gehalt hängt davon ab! 60 Tage sind es zwei Monate. Ach so. Ja, selbst wenn das ist, ähm... Ah! Oh! Ah! Der wurde einfach nie wieder geknöpfelt! Ach, was ist denn mit Stream-Elements, dass das doppelt kommt manchmal? So, Papierbilder! Ich bleibe einen Monat. 29.12. Da. Oh mein Gott, Alter. Alexander Orlova. Das Runde war ja in Ordnung, ne? Haben wir gehört. Besuch. Einen Monat, ja. Scoot Great Rapid war richtig. Sie können gehen. Ja, Stream-Elements hat heute Lust auf Doppel-Alerts. So. Propera, Seva, du wiegst weniger! Ne, äh, doch, ja. So. Du wiegst jetzt mehr, was soll denn das? Was ist da los? Bitte, bitte arresten, ich brauch den Bonus. Bitte, bitte, hab Drogen mit! So, das scheint sonst richtig. Oh, Goddammit! Orvech? Ist Orvech richtig? Orvech? Ja, leider schon. Mann! Mann! Wir brauchen den Bonus! Oh, sie hat einfach nur zugenommen. Ja, so eine Scheiße. Unsere Agenten sind bereit. Ab morgen. Lassen Sie sie passieren. Ach, das gibt's doch nicht. Ich bleibe 90 Tage. Und zwar für Transit. Das ist aber nicht richtig. Das war ein Fehler. Okay, cool. Äh, 16.12. Das geht gerade so noch. Und? Wurr, wu-wurr. Lu, 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 Lu. Lu, Lu. Ja, Tevich. Auch alles richtig. Okay. Du bist passende. Florian? Was ist heute los? Wie viele kommen denn? Papiere, bitte. Nur zu Besuch. Ein paar Wochen. 24.12. Xuno. Matja Fikosef. Männlich. Great Rapids. Wo bleibt Georgie? Weiß ich nicht, vielleicht kommt er heute auch nicht. Der kam ja nicht jeden Tag, oder? Besuch. Ein Monat. 30 Tage. Ivana Vilsoska. Ivana Vilsoska. Zunkaido. Impor zum Kaido. Is right. Oh Gott. Ich muss dich dann auch durchlassen. Es kam niemand für Arbeit her, oder? Heute. Damn. Papiere, bitte. Zweck ihrer Reise. Ich komm hier nur durch. 28. Salve. Ja. Da ist es abgelaufen. Tschüss. Gehen Sie, bitte. Ich liebe das. Wenn das Datum nicht stimmt, das ist das einfachste ever. Da kannst du direkt abschieben. Das ist so belohnend. So, Papiere, bitte. Möchte Freunde besuchen. Ah, ja, ja. Ähm, 30 Tage. So. Die Nummer stimmt nicht. Ja. Das ist ein Arrest. Arrest. Ich krieg'n Bonus. Ich krieg'n Bonus. Ich kriege einen Bonus. Einen Bonus. Den, den kriege ich. Oh, hallo. Freunde besuchen. Ja, ja, ja. Freunde besuchen 14 Tage. 20. 12. Du, die Nummer stimmt. Melika Vukovic. Ja, das ist richtig weiblich. Schingleton. Schingleton. Ah, okay. Jetzt macht's schnell sein eh nichts mehr. Wie sie sich freut. Ich muss mich doch freuen. Ich darf mich doch freuen, oder nicht? So, dann haben wir noch ganz gemütlich Zeit. Obristan. Obristan. Da steht aber nichts mit Schingleton. Bin ich jetzt grad doof? Das ist falsch. Arrest! Mann, aber dafür krieg' ich keinen Bonus. Ja, ist da. Kommen Sie mit. Sie werden festgenommen, mein Fräulein. Baum. Baum. Ihre Familie braucht Medikamente. Ist das so? Jetzt sind die ja nur noch krank und hungrig. Denen geht's ganz gut mittlerweile. Hä? Das war gut. Bei der, an der Schwiegermutter zu sparen. Die, die lebt noch. Oh mein Gott. Ich kann mir Nahrung und Heizung und Medikamente gleichzeitig leisten. Ich hab, ich hab heute 13 Leute abgefertigt. Was ist mit meinem Gigabrain? Uh! Warte mal, hab ich, hab ich noch was für mein Gigabrain? Warte mal. Oh, oh, nee, 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 nicht das. Hab ich noch was für mein? Oh. Oh yeah! Oh yeah! Es hat irgendwie nicht ganz so funktioniert. Ähm. Ja, ich hab ein Gigabrain. Ja! So viel Platz in meinem Kopf. Das ist das falsche Gigabrain. Ja, 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 ja. At least I tried. Ja! Das war einfach 2000 Diku. Ja. Ich hab einfach Hirnmasse und, ähm, alles dazugekriegt, Mann. Ich kann mir alles leisten. Damn. Guter Arbeitstag. Hm. Aber gut, dann kommt das halt aufs Thumbnail für dieses Video. Wie und die... Na! Steve! Du machst dich zum Affen. Ha! Ich liebe es. Hä? Dafür bin ich Streamer geworden, um mich zum Affen zu machen. Klar doch. Äh! Da wurde ich! Dankeschön für 28 Monate. Kabine ist wichtiger als die Schwiegermam. Nein, die Kabine macht nur Leertaste. Dazu. Das ist jetzt nicht so wichtig. Die Mutter muss weg. Was? Ach, die Schwiegermutter. Ja, ja. Okay. Die... Die... Meint ihr, ich soll die an der Schwiegermutter einfach mal sparen? Da hab ich fünf mehr. Schwiegermama brauchen wir eh nicht mehr. True braucht niemand. Ja, ich lass die Medikamente weg. Sie kann ja zumindest was essen. Passt doch. Also ist ja jetzt auch nicht so menschenunwürdig. So. Antekien spioniert eigenes Volk. Oh. Leute, ich muss mir noch mal kurz die Nase putzen. Moment. Oh, sorry. Bin wieder back. So. Geheimnisverräter auf der Flucht. Antekien spioniert eigenes Volk aus. Ah, so. I see. Ja, guck mal, aber wenn Antekien dann das macht, dann sind wir ja gar nicht so schlecht dran, ne? Ich liebe diese Zeitung. Diebstahl im Ministerium für Grenzschutz. Kaum Auswirkungen. Wenige Gegenstände entwendet. Im Ministerium? Oh nein. Oh nein, die haben jetzt Stempel geklaut. I remember. Nein. So Stephanie, irgendwas hieß die ja. Durch ein... Oh, meine... Ohren sind weg. Oh. Durch einen Einbruch beim Ministerium für Grenzsicherheit sind unter Umständen Siegel und Stempel abhanden gekommen. Oh, es wurde nichts von Bedeutung entwendet, doch Geheimdienstberichten zufolge sind Fälscher bereits dabei, offizieller stotzkanische Dokumente zu fälschen. Vergewissern Sie sich, dass alle erforderlichen Dokumente über gültige Siegel verfügen. Korrelieren Sie fehlende oder falsche Siegel mit den entsprechenden Absätzen des Kapitels Dokumente in Ihren Vorschriften. Ja. Oh nein. Oh, Shadow Angel, gute Nacht dir. Kein Problem. Kein Problem. Schlaf gut. Ich habe die Stempel geklaut. Tobias, Arrest! Tobias. Tobias hat die Stempel aus dem Ministerium für Grenzsicherheit geklaut. Ja, er? Ja, er! Na, dann Arrest! So, okay, weiter geht's. Sorry. Me is being silly. So, los da! Was? Erkennt ihr nicht dieses, wer hat den Keks aus der Dose geklaut? Egal, so, los geht's. Yoko Stadtkollegien, ich besuche Verwandte. Ein paar Monate. Gika Popescu. Popescu. Ist doch ein schöner Name. 29er, das ist richtig. So, männlich Popescu, Yoko Stadtkollegien, reingehen, so weiter. Ich habe das Siegel nicht über... 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 dingst. Machen sie mir ja keinen Ärger. Ah, das Siegel war falsch, oder? Nein! Das Siegel war doch falsch. Nein! Georgie! Eigentlich ist es soweit. Schau, ich habe die hübschen Papierchen zusammen. Das war nicht leicht oder billig. Warum sagst du, das war nicht billig? Das klingt nicht gut, Georgie. Ähm, die Nummer Georgie Kostawa. Mhm, mhm, mhm. 31, äh, erster, erster links, das ist richtig. Der Stempel ist auch richtig. Och, Ginger, ja, das war ein bisschen dumm. Ich muss jetzt, glaube ich, bei den Stempeln gucken. Ach, nee. Gültige Siegel. Hä, war das andere? War doch richtig. Wo war das gefälscht? Mir ist irritiert. Oh, Bristan. Ich glaube, Georgie kann durch, ne? Ach, Georgie, geh durch. Alles klar, du bist der Beste. Das, Dotzka ist das Beste. Hier kannst du haben. Was ist das? Oh. Hä? Hä? So ein Pin, oder wie? Papiere. Versucht, besucht Verwandte. 60 Tage Besuch. Die Nummer ist richtig. Alia Mosajowska. Mosajowska, Alia. Das ist gefälscht. Ey, das sehe ich doch jetzt. Das ist eine Fälschung. Verstehe ich nicht. Ah, Rest. Mann, ich hätte den anderen auch arresten können. Oh. Das ist eine normale Münze, meinst du? Ach so. Guten Morgen. Du hast fünf Personen verhaftet. Der Bonus ist gut. Die zahlen anständig. Das reicht nicht. Ja, ich weiß. Meine Frau ist jetzt krank. Die Nachbarn stecken alle mit Grippe an. Ich musste Medikamente kaufen und das ist noch übrig geblieben. Den Rest kriegst du nächstes Mal. Du kannst es mir leichter machen, indem du mehr Leute einbuchtest. Okay, ich gebe mir Mühe, I guess. Ich kann ja nicht einfach irgendwen einbuchten. Nein. So. Papiere bitte. Astotska Paradiesner. Das kennen wir. Karaschenko Irina. Karaschenko Irina. Irina 55. Zweiter, Zwölfter. Seems about right. Okay. Zweck ihrer Reise. Ich will nach Astotska einwandern. Da fehlt aber die Einreisegenehmigung, mein Freund. Die fehlt. Was soll denn das sein? Dann können sie gehen. Tschüss. Mann! Das weiß der Orden? Was soll das denn jetzt heißen? War das eine Drohung? Papiere bitte. Ich komme zu Besuch. Och, das, das. Der sieht richtig billig aus. Der sieht richtig billig aus. Scheiße. Ich musste so lange danach suchen. Ach, das war der Essig, mein Mann. Ah, Rest. Oh, das wusste ich nicht. Ich habe den von Essig nicht durchgelassen. Aber wollte ich ja eh nicht. Also passt schon. Ich mache ja alles nach Vorschrift. Alles nach Vorschrift. 72 kommt hin. Schulz, Fabrice. Orwetsch. Stark, Ginger. Hä? Das war der von Essig. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Oh, hallo. Der erste Agent wurde abgewiesen. Der zweite kommt in drei Tagen. Machen Sie den gleichen Fehler nicht noch einmal. Ich habe mir gar nicht gemerkt. Hieß der Stephanie? So, okay. Einwandern. Einwandern. 23.12. Die Nummer ist richtig. Kamerons Witzer. Nee. Es sah gerade so aus, als wäre das falsch. Okay. Ähm. Aber das ist trotzdem abgelaufen. My friend. Ja. Weg mit dir. Könnte ein Schreibfehler sein. Ja, noch besser. Wir lassen hier Leute mit Schreibfehlern rein. Oder wie? Nächstes Mal einfach verhaften. Ich kann leider nicht einfach verhaften. Ich brauche schon einen Grund. Obwohl, vielleicht kann ich den Grund angeben. Ich bin auf der Durchreise einige Wochen. Ähm. Alexander Nietzsche. Alexander Nietzsche. Bustan. Männlich. Ordnung muss sein. Das Gesetz muss befolgt werden. Ja. Wie ist es nicht gehört. Och, scheiße. Oh. Papiere bitte. Vier. Mastanowska Anna. Mastanowska Anna. Der Bezirk war falsch. Ostkrestin ist doch aber auch richtig. Ostkrestin ist doch aber auch richtig. Mastanowska. Der Stempel war fake bei dem da vorne. Da steht ja die ausstellende Stadt war falsch. Der Distrikt war falsch. Gibt es kein Ost und Dings? Okay, das ist auch wieder falsch. Okay, ich habe noch mal einen Arrest mehr. Hä? Was? Dokument ist gefälscht. Arrest. Oh. Grenzpolizistin, da konzentrieren sie sich. Ich bin müde. Der Tag lief nicht so gut. Nee, 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 nee. Ich habe sogar jetzt, äh, Bußgeld bezahlen müssen. Oh, what the fuck? Puck, we rich men! We are rich! Jetzt lässt sie ihr Sieg doch noch durch. Also wie wohl, also ich, das ist die Bestechung, von der ich gesprochen habe. Also damit kann man arbeiten. Und dann können wir sogar noch die Kabine verbessern, Leute. Easy. Als ob wir das verbrennen. Guck mal, dann können wir uns ja nicht mal Medikamente verschwiegern. Die brauchen wir ja eh nicht. Ja, wir können das abweisen, ja. Der Pin von vorhin. Oh, stimmt, hier ist so ein Pin jetzt. Ah. Nee, Leute, ich finde das gut. Und dann können wir auch, dann können wir sogar die Schwiegermutter versorgen. Finde ich gut. Let's go! Oh, ich soll nochmal gerade sitzen. Okay, die Geschichte aus Dotskas in Bildern und Worten. Meist in Worten. Okay, weniger Bilder, mehr Worte. Keine falsche Müdigkeit vortäuschen. Das ist der letzte Tag aber, Leute, weil, ähm... Oh, guten Morgen, Inspektor. Geht es Ihnen gut heute, ja? Ähm, ja. Ministerium für Informationen. Abteilung Ostkristin Sondermittler. Wir glauben, dass eine Zwielicht die Gruppe Ärger für Ärger sorgen will. Wir glauben, einige Ihrer Mitglieder sind über diesen Grenzübergang eingereist. Und deshalb möchten wir mit Ihnen reden. Haben Sie so etwas schon mal gesehen? Ja, ich habe ihn abgewiesen. Wenn Sie Informationen hätten, würden Sie sie mit uns teilen, nicht wahr? Ja, hier, nimm. Was haben wir denn da? Interessant. Ja, sehr interessant. Ich denke, es wird das Beste sein, wenn Sie mich jetzt begleiten. Hä, hä, was? Aber ich habe Ihnen doch gesagt, dass die doof sind. Hey! Hey! Wir stehen wegen Kollaboration mit verdächtigen Gruppen unter Arrest. Das Ministerium für Informationen wird alle Ihre jüngsten Aktivitäten einer eingehenden Prüfung unterziehen. Es lebe, Stotzka. Du hast zugegeben, mit Ihnen zusammenzuarbeiten? Aber ich habe doch nicht mit Ihnen gearbeitet. Ich habe doch gesagt, Sie waren da. Ich habe doch... Hä? 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 Ich habe gesagt, dass Sie mir das gegeben haben. Und das Geld angenommen. Okay, darüber reden wir ja nicht. Aber das weiß er ja nicht, dass ich das Geld angenommen habe, ja? Nein! Das lag doch nicht an dem Geld, oder? Woher soll er denn wissen, dass das Geld... Also das hätten Sie vielleicht danach dann mitbekommen. Aber doch nicht, wenn er da steht und nachfragt. Hä? Aua, warum habe ich jetzt gebombt? Dankeschön für die Feldtrompete. Dankeschön. Ne, ich glaube, wenn man die Papiere gibt, wird man sowieso festgenommen, oder? Aber hä? So, allein... Ich wollte doch nur sagen, hallo, ich kenne diese Gruppe, ja. Ja, ja. Ich werde nichts machen mit denen. Puh. Ich habe sieben Verweise bekommen. Damn, scheiße. Ende 3 von 20. Ach, schwierig. Ich glaube, das ist jetzt ein Bad Ending. Ja, ja, ich bin tot jetzt. Ich bin unter Arrest. Das war wegen dem herausgegebenen Zettel, nicht wegen dem Geld. Scheiße, Mann. So ein... So doof, ey. Es gibt einen Endlos-Modus. Ja, da kannst du halt Endlos-Leute festnehmen und durchlassen. Oh, das sind alles Beweise, die sie brauchen. Das ist richtig ekelhaft, Alter. Ich hasse die. Ne, Leute, wir müssen... Beim nächsten Mal müssen wir unseren Dienst noch viel härter unter Beweis stellen. Wir müssen beim nächsten Mal noch viel härter für Astots gearbeiten, damit sie uns nicht... Ähm... Nicht festnehmen müssen und erschießen und was weiß ich. Aber, Leute, ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Ich würde an dieser Stelle keinen Schluss machen, tatsächlich. Weil die Konzentration auch nicht mehr gegeben ist. Aber ich hätte richtig Bock, nächste Woche oder so weiter zu spielen. Ja! Ja! Oder? Hättet ihr auch Bock? Wir haben noch viel vor uns. Ein kleiner Fehler und man ist tot. Oh mein Gott. Why not? Ja! Ja! Wir haben Bock, ja? Ja, sehr, sehr. Ich hab so Bock auf dieses Spiel. Ich wollte das eigentlich nach Pokémon... ...wieder mal anfangen, aber... ...jetzt so zwischen Pokémon war es auch ganz erfrischend. Oh, spielst du morgen? Morgen spiel ich Dead Space. Schon komfy? Oh ja, Leute, abschieben finde ich auch komfy. Macht Spaß. Es macht so dermaßen Spaß, zuzuschauen. Was? Ich will... Das ist so geil. Steve, bitte was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was war das gerade? Was genau? Hä? 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 Okay, Leute. Dann vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart heute an diesem Tag. Auch wenn Pokémon leider nicht ging. Ich gucke, dass das gefixt wird und wir nächste Woche Pokémon noch weiterspielen können. Ansonsten! Nicht vergessen! Nicht vergessen, meine lieben Freunde! Wir spielen morgen ja immer noch was. Wir spielen morgen Dead Space. Gegen 18 Uhr geht's los mit dem Streamen. Dann quatschen wir und feiern wir. Und dann geht es los mit Dead Space. Ja! Greedy Shadow, danke für den Sub. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Allgemein danke für alle die Unterstützung. All die Follows. All die Subbies heute, die reinkamen. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön für diesen schönen Stream. Morgen wird gedeadspaced. Und dann gibt es immer noch Sonntag den Frühstückstream. Ist doch auch nice. Yeah! Ah, Dragoons Live. Dankeschön. Danke für die 100 Bitties. Danke, dass ihr da wart. Oh! 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 Alter, der Wursti guidet die Rübe. Oh, ich könnte auch Finn raiden. Aber Wursti raiden ist auch... Verlockt. Also Wursti ist gar nicht online bei mir. Ach so, ist Wursti bei Rübe? Nur? Ähm, magst du mir schreiben, wie sie heißt? Ich weiß es gerade tatsächlich nicht. Bam, bam, bam. Danke. Das ist Ruby. Danke. Dankeschön. So. So, 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 so. Ich muss jetzt bis nächste Woche mal Rest bleiben. Nein, nein, nein. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Du kannst auch gerne morgen wiederkommen. Oder übermorgen. Leute, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Dankeschön für diesen schönen Stream. Es hat wirklich Spaß gemacht, so spontan noch. Ich, ähm, ja. Hoffe, euch gefallen die neuen Emotes. Ich hoffe, der Stream war nice. Und beim nächsten Mal nehmen wir wieder Leute fest. Ja! Ich freu mich. Ich freu mich sehr. Yeah! Ah, schön. Äh, auf jeden Fall. Hm, hm. Seid lieb zu Rübe. Ähm, wahrscheinlich. Also, ich glaube, es ist vielleicht ein bisschen überfordernd, wenn wir jetzt da reinraden. Aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ähm, gute Nacht. Schlaf gut. Träumt was Schönes. Wie, ihr träumt nicht von mir. Ich merke mir das. Ich merke mir das. Und, äh, ja. Dann sehen wir uns. Dann sehen wir uns. Bye, bye! Ciao, Leute! Bye, bye! Ullo!